Was ist? Nix. Warum lachst du so? Darf ich nicht lachen, darf ich nicht fröhlich sein. Du darfst fröhlich sein, aber das war weniger ein ach, ich bin so ein fröhlicher Mensch, sondern mehr so ein Junge, was ist mit dir? Nein, ich freue mich einfach, dich zu sehen. Digga, mit dem Grinsen dazu, ist das so eine fucking Lüge. Und damit ein herzliches Willkommen in Episode 53, Freunde. Willkommen zurück im Shisha-Cast. Und wie immer habe ich meinen höchst fröhlichen Co-Moderator an meiner Seite, den lieben Alex. Guten Tag, lieber Marvin. Einen wunderprächtigen Mittag. Stimmt. Oder wenn du mich fragst, morgen. Für dich morgen, ja. Marvin sieht heute etwas verklatscht aus. Nein, also an alle, die mit Video gucken, niemals, oder? Ich bin die frische in Person. Ich sprudle vor Lebensenergie, vor Freude auf diese Folge und bin kein bisschen müde. Du musst euch vorstellen, ich bin heute gekommen. Wir sind ja gleichzeitig gekommen. Das ist ja schon mal etwas, was sehr, sehr selten vorkommt. Weil entweder bin ich gefühlt eine halbe Stunde zu früh da. Oder ich bin halt schon seit drei Wochen im Büro. Genau, genau. Und ich habe dich noch parken gesehen. Und du bist schon so ausgestiegen. Ausgestanden. Ja, ich passt mich einfach an. Mann, Alex, bist du noch nicht richtig wach? Ich bin wach. Bist du noch zu müde? Ja, also, ich bin wirklich... Sollen wir noch eine Powernap machen? Bitte sag ja. Bitte sag ja. Und als du ausgestiegen bist, dachte ich schon, oh Marv, siehst ein bisschen fertig aus. Also, ich bin ehrlich, also normal ist ja mein Notfallwecker um zehn. Aber gestern habe ich nicht gepennt bis, weiß nicht, halb fünf oder so. Und dann war ich so, komm, scheiß auf, ich stelle meinen Wecker auf elf. Und dann ging der auch um elf. Und dann war ich auch um elf wach. Aber dann dachte ich mir so, also ich muss um zwölf im Büro sein für die Shisha-Cast-Aufnahme. Dann kann ich ja noch bis elf Uhr dreißig im Bett liegen, ziehe mir zwei Kaffee in die Thermoskanne und düse dann rüber ins Büro. Ja. Ja, so habe ich das auch umgesetzt. Deswegen sitze ich auch hier mit dieser wunderschönen Hokaintasse. Grüße gehen raus, die finde ich immer noch saugeil. Und schlürfe noch meinen Kaffee. Ja, das war übrigens, also zur Verklatschtheit können wir auch direkt nochmal anhängen. Marv stand hier im Büro, hat seine Thermoskanne aufgemacht. Er hat sich halt nicht getraut, einen heißen Kaffee, aber er kam auch nicht auf die Idee, sich irgendeine Tasse zu nehmen und den Kaffee da reinzufüllen. Ich habe ungefähr eine Stunde in diese Thermoskanne gepustet, in der Hoffnung, dass ich meinen Kaffee schneller trinken kann. Dann sagt der Alex irgendwann so, warum hast du denn nicht in der Tasse? Und ich war so, damn, stimmt, das funktioniert ja. Holy shit. So was gibt es denn so krasser Erfindung? Das war die Überidee, ey. Aber bevor wir weitermachen, erstmal mal kurzer Disclaimer. Der Shisha-Cast wird gesponsert von unserem lieben Partner Mose. Du sagst Mose. Deswegen sieht auch bei Marv hier die wunderschöne Motion-Flashbang auf der, ist das die Million-Cut? Nee, das ist die Ice-Cut. Es gibt die Ice-Cut, die Wild-Cut und die Million-Cut. Die Million-Cut ist die mit den schönen Rauten. Die Wild-Cut hat deepere, aber längere Cuts und die Ice-Cut hat viele kleine Cuts. Ich glaube, ich habe es wirklich in keinem Cast bisher geschafft, irgendeine Caesar-Boll zu identifizieren. Wir müssen so ein Spiel machen nicht. Who's that Pokemon? Auf gar keinen Fall. Who's that Caesar-Boll? Da bin ich so was von raus. Aber wäre witzig. Ja, für dich wäre es witzig. Ja, sehr. Aber ich sage dir ehrlich, also von den Neueren kenne ich viele auch nicht. Also wenn ich da jetzt rüber gucke, da steht doch sogar eine Million-Cut-Small. Die Verity ist auf einer Million-Cut-Small. Stimmt, ja. Das ist eine Ice-Cut-Clear, dann kommt eine Vyro. Das ist eine Fan-Cut? Nein. Hä? Das ist doch eine Fan-Cut. Das ist keine Fan-Cut, Digga. Die Fan-Cut ist die mit diesem Getrüsteten. Ja, sage ich doch. Also das wäre wirklich sehr witzig nochmal, Alex. Ihr merkt schon. Naja. Dann ist eine Horf Ross Down. Wir haben eine Million-Cut in Türkis. Hinten dran ist die... Nee. Die habe ich extra ausgelassen. Weiß ich nicht. Absure? Ich glaube, Flow... Nee, das ist nicht die Azur. Die Azur ist die, die ich daheim habe. Das hinten, wo die Sphäre drauf ist, das ist die Azur. Die ist noch mehr so ein hellblau. Das ist wirklich ein Blue-Blue. Blau. Ist das einfach blau? Das ist die, ich glaube, Flow-Arc-Blue. Die könntest du sogar noch kurz in die Kamera halten. Dann hat man wenigstens eine davon gesehen. Das wäre die. Die ganze Zeit über die Weifen reden. Das ist eigentlich das, weil ich eigentlich fast jeden Cast rauche. Die ist auch einfach wunderschön. Ja. Ich liebe auch die Bowl-Form. Ja. Na gut. Also Cesar-Bowl erraten. Machen wir dann bald ein Video bei Shisha-WG. Auf gar keinen Fall. Ach, schade. Die Challenge hätte ich so easy gewonnen. Ja, natürlich hätte ich die gewonnen. Ja, also Shisha-Cast ist unterstützt von Mose. Es kommt auch mal hier und da vor, dass ein Produkt gestellt ist. Und deswegen, der Shisha-Cast enthält an jeder Stelle, immer, müsst ihr davon ausgehen, grundsätzlich, Werbung. Alles. Sogar für Black Forest machen wir Werbung. Sogar für Kaffee machen wir Werbung. Sogar für den Alex machen wir Werbung. Directly Shisha Germany auf Instagram. Und wieder ein Fuffi mit einem Placement verdient. Let's go. Das sieht aus. Oh Mann, ey. Ich kann das nicht mehr. Nee, das geht nicht mehr. Ich ziehe jetzt. Du musst weitermachen. Ich muss weitermachen. Ja, dann haben wir ja schon dein Setup kurz. Nee, deinen Koffer haben wir auch gar nicht besprochen. Wir haben die Custom-Ball-Shotter bei dir drauf. Wir haben einen leckeren Mix aus Plays. Die neuen 25 Gramm. Wusstest du, dass das so ein Hessen-Ding ist? Dass Hessen nicht B sagen, sondern P. Dein Chat hat mich sehr, sehr oft drauf hingewiesen. Ja, ich weiß, du wurdest ein bisschen gemobbt im letzten Stream. Ich werde in den letzten Streams von deiner Community echt oft gemobbt. Nee. Mein Chat mobbt immer alle. Ach so, echt? Ist das so ein Standard-Ding? Ja, auch nicht. Da ist einfach die Dynamik geworden. Nein. Also jetzt mal Spaß beiseite. Also da haben sie dich wirklich ein paar Mal drauf hingewiesen. Das stimmt schon. Aber in der Regel ist das schon okay. Ja, mir ist das noch nie oft. Mich hat auch noch nie jemand drauf angesprochen. Also das war das erste Mal bei dir im Chat gewesen, dass Leute mich drauf angesprochen haben wegen B. B statt B. Genau. Ja. Davor war ja eigentlich immer nur Kirsche und Kirche. Kirschgate. Kirschgate. Cherrygate. Aber mein Leben ist ein einziges SCH-Gate. Ach so, wenn ich hier so ein paar Voice-Greaks habe, wie eben gerade, ne? Seht's mir nach. Ich bin immer noch nicht wieder topfit, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Also meine Stimme sollte heute auch extra tief und extra knackig sein hier. Bommersche aus Ofen raus frisch auf den Tisch. So ist der Brauch. Nicht? Alles gut. Wir haben auf jeden Fall bei dir Cosmoball Shot. Ja, Setup. Mit dem Blaze 25 Gramm Lemons Jager. Ich habe dir noch ein bisschen Real PF mit reingemischt. Aha. Oh, das kommt geil. Ist gut? Ja. Also Blaze Lemons Jager mit Real PF, muss man merken. Das ist geil. Oben drauf Onmohamdee 3, Zauberwürfel am Start. Bei mir seht ihr die Stimulation Mini Generation 2. Ja. Stimmt, das wäre ja viel einfacher gewesen, wenn man die einfach richtig hinstellen würde. Oben drauf. Steam Click 360, sei Dank. Ja. Oben drauf habe ich auch Cosmoballs. Das ist, glaube ich, auch ein Shot. Also ich weiß nicht, der heißt nicht Shot. Genau. Pass auf. Es gibt ja jetzt, können wir direkt einmal so eine Mini-News mit reinbauen. Also es gibt ja die Cosmoballs, Turkish. Das sind die großen Normalen, diese standardmäßigen. Dann gibt es den Shot. Und jetzt gibt es aber noch in der Kooperation zwischen Cosmoball und New die Cosmoball Turkish X New Tobacco GmbH. Und die sind actually noch sparsamer als die Shots. Also die Turkish, kannst du jetzt sagen, sind so ungefähr 20 Gramm. Ja. Die Shots sind so ungefähr 15 Gramm. Und die New sind so ungefähr 11 Gramm. Ja, würde ich mitgehen. Ja. Wobei, also können wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer darüber diskutieren. Wobei wir es auch jetzt machen können. Ich finde fast, dass 10 Gramm zu wenig sind. Also irgendwo ist es halt einfach, irgendwann wird es zu sparsam. Da hast du keinen Spaß mehr mit. Ich finde gerade bei Meerlochköpfen. Ja. Ich finde, bei einem Funnel schlägt sich das nicht so nieder wie beim Meerlochkopf. Ich kann dir auch gar nicht so wirklich beschreiben, warum das so ist. Ich sage, weil der Tabak so schön eingepresst ist zwischen Funnelboden und HMD, dass du durch den Kontakt trotzdem aus dem, was der HMD berührt, ordentlich was rauskriegst. Und bei einem Meerlochkopf, wo man ja meistens auf Abstand baut und die Luft einmal durch den Tabak geht, geht sie halt, also wenn du dir einfach den Weg, wie viel Weg muss die heiße Luft durch den Tabak zurücklegen, wenn du das bei der jetzt anguckst, dann ist das ein Dreiviertel Zentimeter. Und bei einer Türkisch ist das halt doppelt so viel, da sind das anderthalb Zentimeter. Und ich glaube, das ist halt irgendwo der Punkt dann bei einem Meerlochkopf. Dass dann der Weg einfach ist, wo auch dann einfach zu kurz. Die Luft hat gerade das erste Tabakblättchen berührt und dann ist es schon in der Rauchsäule, Bowl. Ich finde es eigentlich sehr angenehm zu rauchen, aber ich würde auch sagen, dass das eine Shot von der Performance her oder vom Geschmack her auch nochmal ein bisschen mehr hergibt und eine türkische E. Aber das ist halt dann wieder dieser Diskrepanz zwischen sparsam rauchen und will ich mir wirklich einen 20 Gramm kaufen? Genau, da muss halt jeder für sich selbst rausfinden, was ist ihm zu sparsam und was ist geil sparsam. Ich finde, man muss bei dem Cosmo Turkish X New nur wissen, dass das so ist und dann seine Einsatzgebiete da drauf auslegen. Sprich, wenn ich jetzt einen neuen Tabak teste, finde ich das sehr, sehr angenehm, den einfach kurz ein halbes Stündchen in den Kopf zu rauchen, ohne viel Tabak zu verschwenden und fertig. Dann ist das ganz geil, aber also privat, wenn ich nicht irgendwie einen neuen Tabak teste oder so, läuft der relativ selten bei mir, dann greife ich lieber, wenn ich sparsam will zum Shot oder wenn ich richtig will, zu einer Türkisch ohne X New. Verstehe ich, da wäre ich auch voll dabei. Aber ich bin ja momentan immer noch sehr, sehr behaftet am Nevo-Rauchen, muss ich ehrlich sagen. Bei mir gibt es ja wirklich in Ausnahmefällen mittlerweile Mehrlochköpfe und fast nur noch Funnel. Bin auch momentan ein bisschen am durchtesten, so mit anderen Köpfen, weil ich bin ja eigentlich immer, oder habe immer gesagt, V1 ist so das Maß der Dinge, was Nevo angeht. Und ich muss sagen, mittlerweile, oder jetzt die letzten zwei, drei Tage, bin ich ein bisschen auf dem E-Post hängen geblieben sogar. Ach krass, okay. Also flaches Depot. Ordentlich breit, ordentlich viel Tabak drinne und dann geht da was. Ja, läuft das auch sehr, sehr gut. Besser als beim V1 oder gleichwertig gut? Ich finde, beim V1 muss man weitaus mehr auf den Kopfbau achten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass für Leute, die nicht so viele Nevo-Stünden haben wie ich, der der E-Post oder allgemein flachere Köpfe einfach angenehmer zu bauen sind auch einfach. Ich glaube, ich habe noch nie den Nevo mit dem E-Post geraucht. Ich muss auch eh sagen, wir sind da wirklich in zwei komplett unterschiedliche Richtungen abgedriftet. Du bist so voll into Nevo und bei mir hat sich das sehr schnell sehr stark abgeflacht mit dem Nevo-Rauchen. Aber ich muss auch sagen, immer wenn du davon erzählst, habe ich wieder Bock, den nochmal auszupacken. Aber bei mir, also der Nevo, ich müsste den halt einfach mal mit heimnehmen. Ich glaube, das mache ich heute auch einfach mal. Weil im Büro habe ich ja meistens irgendeinen Purpose hinter dem Rauchen. Also entweder ich will ein Reel machen oder wir nehmen Shisha-Cast auf oder ich bin am Stream. Also ich würde sagen, in 80 Prozent der Fällen, wenn hier eine Pfeife läuft, hat das irgendeinen Sinn, dass eine Pfeife läuft. Und wenn das halt irgendeinen Sinn hat, dann kann ich nicht dabei noch irgendwie ein Experiment starten mit dem Nevo. Aber daheim rauche ich ja eigentlich, da mache ich so eine Story nebenbei, aber da rauche ich einfach nur, um zu rauchen. Weißt du, also daheim rauche ich, weil ich habe jetzt Bock auf eine Shisha, ich mache mir eine Shisha. Und im Büro ist es anders, da mache ich mir meistens eine Shisha, weil ich mir zu irgendwas eine Shisha machen muss, in Anführungszeichen. Genau, auf den Punkt müsste man dann auch wieder ansprechen, weil ich weiß nicht, ob ich dann eher der Typ wäre, der sagt, okay, ich probiere das lieber im Büro aus, weil ich zu Hause, wenn ich entspannt einen Kopf machen will, einen zu 100 Prozent laufenden guten Kopf haben möchte. Fühle ich den Punkt, aber bei mir überwiegt dann eher das, wenn ich jetzt ein Video drehen will und dabei eine Pfeife rauchen will, slash muss, weil es da um irgendwas geht, dann kann ich nicht noch die Variable drin haben, dass ich jetzt mit dem Nevo rumexperimentiere. Verstehe ich auch. Da muss das einfach ein Kopf sein, der jetzt läuft, ohne dass ich damit rumexperimentiere. Und im Stream ist es meistens so, dass es für mich ein bisschen zu nervig ist, weil wenn du einen Kopf mit dem Nevo geraucht hast, den kannst du ja im Optimalfall, also der ist ja komplett heiß, den kannst du ja nicht einfach mal neben dich auf den Tisch legen, sondern den musst du ja dann irgendwie in die Küche bringen und vielleicht auch schon direkt Tabak abkratzen und so. Und du willst ja eigentlich, wenn du streamst, möglichst wenig weg sein. Das stimmt. Also jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe, ist schon doof, weil immer, wenn du weggehst, schalten Leute ab. Ja, zu 100 Prozent. Also sobald du irgendjemandem die Möglichkeit gibst, abzuschalten, dann machen das halt ein paar. So, ah, ich muss eh gleich ins Bett, ah, jetzt geht er in die Küche, komm, das ist der Punkt, wo ich rausgehe. Aber warum machst du nicht den ersten Kopf mit dem Nevo und stellst den Kopf dann mit dem Nevo einfach zur Seite? Ja, das könnte ich machen. Ja. Ja. Vielleicht mache ich das heute mal. Weil es geht, dann kann er einfach easy abkühlen. Ja. Und vor allem, wenn das Ding ist beim Nevo, wenn der abgekühlt ist, dann lässt er sich auch weitaus besser reinigen. So aus Erfahrungswerten. Ehrlich? Abgekühlt ist besser? Ja. Weil wenn der abgekühlt ist, dann platzt der Donut einfach nur teilweise ab, wenn du auf Kontakt rauchst. Und dann musst du einfach nur noch die Reste oben abmachen. Ja, dann probiere ich das vielleicht mal so. Naja. How to Nevo, Mr. Alex. Aber was ich übrigens brauche. Ja, Setup. Ich habe mir gebaut den Shock Anans von Burn zusammen mit. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe ein bisschen Space Flavor drin. Und auch ein bisschen Real Path. Also ein bisschen exotischer unterwegs. Aber sehr, sehr leckerer Mix auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, du hast die Notes schon aufgemacht. Ja. Ich habe hier mal nebenbei die Notes. Erstmal die Frage. Wir haben ja schon festgehalten, ich bin müde. Du bist müde? Aber wie geht es denn dir? Du bist fröhlichkeitsübersprudelnd. Ja, mir geht es eigentlich soweit gut, muss ich ehrlich sagen. Ich war vorhin noch beim Barber. Endlicher wieder. Und da auch eine... Da habe ich noch geträumt. Da hast du noch geträumt. Das war auch ein bisschen belastend vorhin, weil die sind nur noch zu zweit jetzt. Einer ist leider immer noch hier, Barbiel, Stube, Seeligenstadt. Und waren eigentlich immer zu dritt gewesen. Sind jetzt nur noch zu zweit. Und einer von denen ist auch zwei Monate weg. Jetzt ab von... Also ist da bald nur noch eine Person in dem Laden. Da ist bald nur noch der Chef da. Oh je. Für zwei, drei Monate. Dementsprechend sieht auch die Terminlage aus. Ich gehe eigentlich immer so alle zwei bis drei Wochen hin. Und stand vorhin da, habe gefragt, wie sieht es aus hier, nächster Termin. Ja, der nächste Freie wäre am 16. Mai. Ja, also nächster Termin. Also nicht zwei Wochen wie normal, sondern sechs. Genau. Ja. Das war ein bisschen belastend. Da muss ich gucken, ob ich dann fremdgehe in der Zwischenzeit. Weil ich weiß nicht, ob ich... Das müsstest du direkt, hörst du. Da schläfst du wieder zwei Wochen auf der Couch. Stimmt, das könnte man jetzt richtig assi rauskennen. Ja, das könnte man richtig... Muss ich überlegen, ob ich fremdgehe oder was? Also Alex, das geht nicht. Ja. Schlimm. Schlimm. Das ist auch so ein Hessen-Ding. Nicht schlimm, sondern schlimm. Schön mit einem Ü. Mir ist das noch nie so aufgefallen, dass es so krass ist. Ja, ich... Mir auch nicht, bis sie das gesagt haben. Und so, what has been seen cannot be unseen. Das stimmt, ja. Und seitdem, jedes Mal, wenn du Plau sagst, bin ich so... Plau. Belastend. Gut, machen wir weiter. Entschuldigung. Ja, wir haben uns... Es ist, ähm... Also, der Shisha-Cast existiert ja in einem anderen Raum-Zeit-Kontinuum. Das heißt, in der menschlichen, erdlichen Realität müssten, wenn meine Sterneinstellungen auf dem Sixtant und damit die Umrechnung des Zeitraum-Kontinuums richtig sind, müsste die letzte Folge Shisha-Cast auf der Erde erschienen sein im Mitte Januar. Aber vor zwei Wochen. Pass auf. Ja. Aber für uns, in unserem Kosmos, sind das jetzt... Nee, wir sind leicht drüber 16 Tage. Ja. Vor 16 Tagen. Ja. Aber, da wir ja zur Zeit auch auf der Erde sind, waren wir auch in der anderen Zeitzone für eine kurze Zeit. Aber das hat gereicht, dass wir genug Material gesammelt haben für einen Shisha-Cast. Mein Gehirn macht komische Sachen, wenn ich müde bin. Echt? Das merkt man gar nicht. Also, was ich damit sagen möchte, ist... Es ist viel passiert. Ja. Bei mir. Ja, bei mir irgendwie... Wenn ich auf diese Themenliste gucke, ist so... Weiß nicht, da stehen so 15 Punkte bei Real Life und so anderthalb sind von Alex. Das ist das Krasse. Also, ich hab nachgeguckt. Ich hab auch relativ wenig Storys gepostet. Und ich hab einfach kein... Ich hab so ein richtig Kurzzeitgedächtnis. Also, das ist richtig schlimm. Gar kein Gedächtnis. Ich... Ich hab zu 100... Also, ich weiß, dass ich zu 100% irgendwas gemacht habe. Also, musst du ja existiert haben. Ja, genau. Und nicht nur zwischen Arbeit, meiner Freundin, Sport und Pfeife gewechselt habe. Nicht? Nee. Aber was war denn dann noch? Ja, genau. Und das ist das Problem. Weil ich hab weder Storys davon gemacht. Ach so, ja, okay. Aber ich schreib mir das halt auch nicht auf. Super oft ist auch dieser Gedanke. Ich müsste jetzt eigentlich aufschreiben, was ich gerade mache für einen Cast. Aber ich mach's dann... Ja, weil ich... Also, ich verlasse mich da immer blind auf mein Story erschienen. Ja, aber ich hab so wenig Storys gemacht. Ja, das ist dein Problem. Ja, das ist dein Problem. Also, schreib dir das doch nicht auf, sondern mach Storys. Ja, das wäre eine Idee. Ja. Hab ich aber nicht. Gut, Hausaufgaben für dich bis zum nächsten Cast. Die Content-Produktion wieder anlaufen lassen. Anlaufen lassen, ja. Sieh dein Leben als Content-Peace. Wo Archiv? Alex. Sieh dein Leben als Content-Peace. Das ist auch richtig. Das ist ein geiles Zitat. Das ist ein richtig schönes Zitat. Marvin 2024. Das ist eigentlich die Bibel für jeden Influencer. Sieh dein Leben als. Eigentlich schon, ja. Und er sagte zu ihnen, seht euer Leben als Content-Peace. Für es solle euer erstes Gebot sein. Okay, Marv, wie war Ostern bei dir? Erst geil, dann scheiße. Das ist schlecht. Also, erst mal muss ich dazu sagen, ich bin jetzt nicht nur alt, ich bin jetzt auch erwachsen. Ich möchte kurz festhalten, dass er es hier nicht live, aber er hat es vor der Kamera zugegeben, dass er alt ist. Er hat es vorhin auch schon mal mit dem Treppenhaus zugegeben. Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich gesehen habe, wie verklatscht er war. Aber Marv ist alt. So, ja, bitte. Alex, ich bin nicht alt. Ich bin weise und reich an Lebenserfahrung. Und das ist mir natürlich bewusst, dass du in deiner jünglichen Naivität das nicht wahrnehmen kannst und nur denkst, ich bin alt. Aber so einfach ist das nicht. Der Punkt ist aber auch nicht der, der Punkt ist, ich bin nicht nur alt, a.k.a. reich an Lebenserfahrung, sondern ich bin auch noch erwachsen. Du bist erwachsen. Ja, ja, ich fühle mich im Moment so erwachsen wie noch nie. Das glaube ich dir nicht so ganz. Meine Bude sieht 1 plus mit Sternchen aus. Es ist Geistesrang aufgeräumt. Ich glaube, du wirst meine Bude nicht mehr wiedererkennen. Die sieht aus wie ein scheiß Katalog. Wirklich, es ist alles aufgeräumt. Alles. Wir haben einen Tag die Küche aufgeräumt. Wir haben einen Tag den Vorratsschrank aufgeräumt. Wir haben einen Tag das Wohnzimmer aufgeräumt. Ich habe den Flur gewischt. Ich habe das Gästebad aufgeräumt. Es ist alles pico bello aufgeräumt. Gestern waren Anna und Vivi da und Vivi hat so gesagt, das ist fast gruselig. Also ich bin ja kein super unordentlicher Mensch, aber bei mir liegt halt manchmal doch was rum. So nach dem Motto, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das passiert bei mir schon regelmäßig. Aber auch das habe ich mittlerweile relativ gut im Griff. Aber das mit dem Erwachsenen an Ostern. Vor Ostern haben wir den Vorratsschrank aufgeräumt, meine Freundin und ich. Und dann habe ich auf Amazon zwei fette Sets an Tupperware bestellt. Und wir haben auch alles umgefüllt. Ich habe eine Tupperdose für Mehl. Ich habe eine Tupperdose für Zucker. Ich habe eine Tupperdose für braunen Zucker. Ich habe eine Tupperdose für MSG. Ich habe eine Tupperdose, in der meine Tütchen an Backpulver, Natron und Co. liegen. Wenn es in eine Tupperdose passt, Alex, isst es in einer Tupperdose. Und normalerweise kamen Tupperdosen eigentlich immer nur für Tabak zum Einsatz. Also ich meine, das kommt auch natürlich mit diesem ganzen Kochgame, dass ich ja immer noch tiefer und tiefer und tiefer reingehe und immer noch fleißig meine Bücher lese und immer mehr koche. Oder also, früher war Kochen für mich das, sehe geiles Rezept, probiere geiles Rezept. Und mittlerweile bin ich ja viel, viel tiefer drin. Und dadurch kam natürlich auch das, meine Küche muss auch ein Level abkriegen. Und das war eben mit diesem Tupperzeug und so. Der Tuppergeld. Und dann geht es noch weiter, Freunde. Dann habe ich an Ostern zum ersten Mal meine Eltern zu mir eingeladen. Und dann waren meine Eltern am Ostermontag bei mir zum Bratenessen. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen eigenen Braten gemacht. Haben deine Eltern eigentlich was dazu gesagt, dass du zum ersten Mal eingeladen bist zu dir? Ja, wir haben alle gesagt, es ist irgendwie scheiße weird. Also es war auch ganz komisch. Also ja, es war einfach komisch. Also normal ist immer, als Kind oder halt als das Kind deiner Eltern bist du natürlich zu deinen Eltern gegangen bei diesen Festtagen. Und ich meine, wir waren ja auch samstags, waren wir ja auch bei meinen Eltern, oder sonntags, keine Ahnung, auf jeden Fall waren wir auch ganz normal, wie das halt immer so ist, bei den Eltern. Und dann waren aber meine Eltern montags bei uns eingeladen. Und da haben wir den Tisch schön gedeckt. Und ich habe einen geilen Braten gekocht über zwei Tage. Aber es war wild. Ja, auf jeden Fall erst der eigenen Braten. Ich habe ja in einem meiner Kochbücher war so ein geiles All-American-Pot-Roast, heißt das. Und du kennst ja bestimmt MSG, oder? Ja. Das verschriene Monosodiumglutamat. Ja. A.K.a. Geschmacksverstärker. Genau. Wenn du Essen salziger haben willst, dann machst du Salz dran. Wenn du Essen süßer haben willst, dann machst du Zucker dran. Und wie ja die Japaner festgestellt haben, gibt es nicht nur vier Geschmacksrichtungen, sondern fünf. Es gibt auch noch... Umami. Umami. Korrekt. Und wenn du dein Essen mehr Umami machen möchtest, dann nimmst du nicht Zucker oder Salz, sondern... Glutamat. Glutamat. Und Glutamat ist ja sehr verschrien in Europa, könnte man sagen. Extrem, ja. Ja, wobei, weißt du, die Helga, die schreit, die scheiß Geschmacksverstärker, das kannst du doch nicht an deiner Esse machen. Und dann kippt sie sich aber einen Liter Maggi über ihre Nudeln. Ich wusste, dass es kostet, ja. Was ein pures fucking MSG ist. Also so, Bro. So, ne? Chill. Aber ich glaube, Maggi ist auch einfach eine Religion. Ja, Maggi ist eine Religion, aber mir geht es einfach um diese Doppelmoral. Das MSG, was die da in dem China-Ese drin haben, das geht doch nicht. Und dann so, Bro, du hast hier gerade drei Liter Maggi über deine zwei Nudeln gekippt. Das ist literally nichts anderes. Naja, anyway. Was viele nicht wissen oder vielen nicht so bewusst ist, es gibt auch extrem viele Lebensmittel, in denen ein hohes Vorkommen an Monosodiumglutamat oder generell Glutamat drin ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel Parmesan. Also, MSG wird gewonnen aus Kombu. Das ist ein japanisches Seegras. Und daraus kannst du MSG gewinnen. Und das hat ungefähr 22.000 Milligramm Glutamat. Parmesan hat, ich bin mir gerade nicht sicher, 12.000 oder 18.000. Also insane nah dran. Aber sogar in Fleisch ist Glutamat. In Parmesan ist insane viel, in Tomaten ist extrem viel. Also es gibt sehr, sehr viele Lebensmittel, die schon ein besonders hohes Vorkommen an natürlichem Glutamat enthalten. Und diese Lebensmittel habe ich bewusst kombiniert, um ohne MSG-Pulver trotzdem den auf natürlichem Weg MSG-Effekt zu erzeugen. Was zum Beispiel auch sehr viel MSG hat, sind Anchovies. Sandellen. Sandellen? Sandellen. Sandellen. Anchovies ist wohl, ich kenne das Wort, Anchovie wird auch in Deutschland benutzt, ist aber eigentlich das englische Wort anscheinend dafür. Ja. Habe ich dann rausgefunden, als ich im Kaufland stand, Anchovies holen wollte und dann erstmal gegoogelt habe und dann die Übersetzung gesehen habe. Und dann war ich so, ah, the more you know. So, und dann habe ich Anchovies, Tomaten, Sojasauce und noch ein paar andere Sachen vermischt, was dann meine Gewürzpaste für die Bratensauce war. Okay, I see. Das heißt, Braten angebraten, dann Gemüse angebraten, mit Rotwein abgelöscht, Rotwein runtergekocht, die Gewürzpaste mit dazugegeben, dann noch mit Hühnerbrühe aufgefüllt und das war dann meine Bratensauce. Das hört sich richtig geil an. Das war auch, also meine Mama hat gesagt, 10 von 10 die Soße, da war ich ein bisschen skeptisch, weil, also für meinen ersten Braten war ich und dann auch direkt mit einem Rinderbraten eingestiegen, also Königsklasse, man hätte ja auch erstmal so einen Easy Schweinebraten machen können oder so. Rinderbraten scharf angebraten, ab in die Soße, Kerntemperaturthermometer reingegeetet, ab in den Ofen, drei Stunden später rausgeholt, über Nacht ruhen lassen, am nächsten Tag nur noch ein bisschen aufgewärmt, Klöße, Rotkraut noch dazu und Abfahrt. Hast du was übrig? Ich hätte jetzt eigentlich echt Bock drauf. Nein, nein, nein. Das war Ostermontag. Also ich habe tatsächlich noch zwei Klöße und ein bisschen Rotkraut, die werden noch gebacken irgendwann. Wobei heute wird wieder so, wir haben uns um 12 Uhr getroffen, ich muss heute noch Video aufnehmen, ich muss noch eine Messe Standplanung machen, ich muss noch ein paar andere Sachen machen. Und um 19 Uhr ist Stream und der geht wahrscheinlich bis 0 Uhr, also heute wird so ein klasseer 12 Stunden Bürotag. Das heißt, die Klöße müssen auch noch bis morgen warten. Was ist denn? Morgen ist dann Freitag. Ja, das geht schon noch, Klöße sind ja nicht so. Ich guck mal. Ich guck mal. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall war das mein Ostermontag und das war eigentlich noch sehr geil. Die Woche davor war aber scheiße, also vor Ostern war erst scheiße und dann war es okay. Freundin ist krank geworden übers Wochenende, dann habe ich nächtelang natürlich neben meiner schniefenden und keuchenden Freundin geschlafen. Ich habe sie aber auch sehr süß gepflegt, muss man sagen. Ja, ja. Die Frau hat gesagt, kann ich einen Tee und in dem Moment stand er schon da. Insinnert. Schatz, mir ist kalt, ich hätte gerne... Bumm, die war zugedeckt. Und dann habe ich mich erst übertrieben gefreut, dass ich mich nicht angesteckt habe und dann kam der Donnerstag und dann habe ich schon gemerkt, so scheiße, ich glaube ich habe doch was. Der grünen Donnerstag, also direkt vor Ostern oder eine Woche vorher? Okay. Das Wochenende davor. Und dann dachte ich, weil an dem Tag danach, und da kannst du dann gleich, ich leite direkt zu dir über. Obwohl, ich weiß nicht, willst du was in die Shisha News oder? Ich war ja nicht beim Treffen mit dabei. Ach, du warst nicht da? Nee. Scheiße. Also ich weiß, ich weiß, was es ist, aber ich war nicht da. Warum? Was ist da los? Was soll das? Weiß ich nicht. Ich muss sie ankacken. Ich dachte, jetzt wäre wenigstens einer von der Shisha-Cast-Crew hier da gewesen und könne was zu sagen. Naja, freitags war ein Event für UCA in Frankfurt und ich habe mich übel drauf gefreut, alle mal wieder zu sehen, mit allen eine Pfeife zu rauchen, was über dieses neue fancy Produkt zu erfahren, das auch mal testen zu können und so weiter. Und dann war ich Donnerstag krank. Und dann habe ich Donnerstag den Aufruf der Aufrufe in der Story gestartet und habe gesagt, Freunde, egal welches Hausmittel, haut das hier rein in den Fragesticker und ich haue es mir rein. Ach stimmt, da habe ich noch Strongman reingepackt. Stark, danke. Hört einfach niemals auf Alex. Hört einfach nicht hin. Auf jeden Fall habe ich mir alles reingefahren, Nasendusche ausprobiert, hier gefühlt meinen halben Kopf geflutet mit der Scheiße. Ich habe mir Vic MediNight, Vic Dayanight, Vic Vaporub, ich habe 13 Ibus geschluckt, zwei Paracetamol noch oben drauf, damit es richtig knallt. Ich habe alles gemacht, was geht, in der Hoffnung, dass ich Freitag wieder fit bin. Mir ging es Freitag dreimal so scheiße. Da ging es erst richtig los. Was ich mich gefragt habe, als du den Sticker reingepackt hast, ob das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, diesen Lifehack von Vivi auszuprobieren, diese Zwiebel mit Honig. Das haben ein paar geschrieben. Ja. Ich habe es nicht probiert. Hast du nicht probiert? Nein, ich habe es nicht probiert. Aber ich habe eigentlich wirklich gehofft, dass du es ausprobierst. Nein, nein, das ging nicht. Da war die Grenze. Da war die Grenze. Manche haben auch geschrieben, Wodka mit Pfeffer, wo ich mir denke, Leute, was ist mit euch? Wodka mit Pfeffer? Alkohol ist literally ein Gift. Ja, also kannst du ja nicht anders sagen. Alkohol ist ein Gift. Warum soll? Gift mit Pfeffer. Als ob du so einen Magietrank packst, weißt du? Du nimmst so eine Giftkröte und dann noch einen Tropfen Drachenblut, der das Ganze neutralisiert. Und auf einmal ist es ein HP Potion. So, Bro, was denkst du, was passiert, wenn du Wodka mit Pfeffer mischst? Was ist mit euch? Du musst ausprobieren. Das ist genau so, diese Leute. Ein trinken warmes Bier. Ja, perfekt, Herbert aus 1902, Junge. Dass ihr euch damals eingeredet habt, dass das irgendwas Gutes mit euch macht. Also. Ich finde, du betäubst dich halt ein bisschen. Also du spürst es halt nicht. Ja, klar, du säufst dir halt einen rein. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht wird das Leben dann ein bisschen erträglicher. Aber der Erkältung hilft halt auf jeden Fall nicht. Ja, ist doch so. Ich hätte es gerne gesehen, wie du Wodka mit Pfeffer trinkst. Freuhe, scheiß, alles ruhe. Ja, scheiße. Also Alkohol habe ich rausgegeben. Obwohl, Alkohol ist ja auch in Vic Medi Night. Ist da Alkohol? Ja, da ist Alkohol drin. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wenn ich das mal Vic Medi Night genommen habe. Nicht? Vic Medi Night ist wirklich das, was einem Zaubertrank in der Realität am nächsten kommt. Das sieht schon so geil giftgrün aus und schmeckt komisch, aber irgendwie auch geil. Und dann heilt dich das. Das ist wirklich, also Vic Medi Night ist, man kommt nicht näher in der Realität an einen HP Potion dran als Vic Medi Night. Wenn das Zeug rot wäre, wäre es eine HP Potion. Okay, nächstes Mal probiere ich Vic Medi Night. Ja. Weil grün ist ja eigentlich Stamina Boost. Naja, egal. Wie läuft Elendring? Lange nicht gespielt. Okay. Weil ich ja jetzt, also die Erkältung hat sich leider scheiße lange gezogen. Ich war so drei Tage wirklich komplett knockout. Wo auch, ich glaube, zwei Tage kam gar keine Story. Was ja bei mir entweder heißt, ich bin nonstop beim Arbeiten oder mir geht es wirklich scheiße. Und selbst beim Arbeiten machst du eigentlich meistens sogar noch eine Story. Ja, wenigstens mal eine Pfeife nebenbei oder so. Aber nee, mir ging es da wirklich, drei Tage ging es mir richtig scheiße. Da war ich auch wie in so einem Fiebertraum, halb weggetreten und so. Also es war dann drei Tage, Freitag, Samstag und ich glaube Sonntag ging es dann langsam wieder. Und ich bin aber immer noch nicht wieder, also das ist zwei Wochen her, ich bin immer noch nicht wieder topfit. Ich habe immer noch so ein bisschen Nase, immer noch so ein bisschen Schleim im Hals und so. Also ich denke, man hört es auch an meiner Stimme, die ist nochmal ein Stück tiefer als normal. Und vielleicht noch ein bisschen nasaler als sonst. Ja, aber ich bin übel abgefuckt, weil so an sich geht es mir gut und ich habe Bock wieder Sachen zu machen. Aber ich muss mich eigentlich noch so ein bisschen schonen. Das heißt, ich bin auch jetzt schon wieder zwei Wochen, habe ich gar keinen Sport gemacht. Und das geht mir übel auf den Sack. Ich hoffe, dass ich irgendwann wieder fit bin. Einfach wieder auch Sport, ja klar. Ich hatte gestern ganz kurz Schiss, dass ich krank werde. Also auch auf, nee, nee, pass auf. Erstmal habe ich Angst davor, dass ich zur Messe krank werde, weil es war so typisch Alex. So, wenn irgendwas... Darfst du ja schon gar nicht so einreden. Ja. Wusstest du, dass Negierungen in Mantras nicht funktionieren? Jetzt kommen wir kurz in die Spiritualität-WG. Okay, aber es ist tatsächlich so, wenn du Aussagen negierst, funktioniert das mit dem Gehirn nicht. Das heißt, ich darf meinen Schlüssel nicht vergessen. Ich darf meinen Schlüssel nicht vergessen. Ist für dein Gehirn. Ich vergesse meinen Schlüssel. Das heißt, du darfst nicht sagen, ich darf nicht meinen Schlüssel vergessen. Ist das falsche Mantra. Sondern ich werde an meinen Schlüssel denken. Das heißt, ich werde an der Shisha-Messe gesund sein? Richtig. Okay. Nicht, ich darf nicht zur Shisha-Messe krank werden. Ich darf, sondern ich werde an der Shisha-Messe gesund sein. Okay. Mit Visualisierung dazu. Wie du gesund und glücklich über die Shisha-Messe laufst. Ja, okay. Nee, aber... Aber das ist zum Beispiel, also das ist eine Technik, die ich damals gelernt habe. Das klingt jetzt wirklich so spirituell, aber das ist eine Technik, die man benutzt, um sich zum Beispiel als luzides Träumen geübt habe. Das ist eine Technik, die man benutzt, um sich beim Einschlafen, ich werde mich an meine Träume erinnern. Ich werde mich an meine Träume erinnern. Das wusste ich nicht, das habe ich damals gar nicht gemacht. Das funktioniert übel gut. Ja? Ja. Also wenn du dir wirklich, du musst dann, also du sagst dir das praktisch immer wieder selbst, ich werde mich an meine Träume erinnern. Und dabei stellst du dir aber auch vor, wie du morgens aufwachst und dich direkt detailgetreu an deine Träume erinnerst. Und das hat da super gut funktioniert. Hätte eigentlich mal mehr Bock zu üben eigentlich. Ich habe das ewig nicht gemacht. Kurzer Real Talk, ich hätte ein bisschen Angst vor meinen Träumen, glaube ich. Echt? Ja. Also hast du viele Albträume oder hast du einfach Angst? Ich habe viele weirde Träume. Ah, okay. Ja. Also heute Nacht habe ich irgendein Verbrechen begangen und war dann dauerhaft auf der Flucht. Willst du uns irgendwas beichten, Marvin? Nee. Gibt nichts zu beichten. Das ist ja, deswegen weiß ich auch nicht, ich weiß auch nicht, ob das mittlerweile so ein Ding ist, dass ich mir das jetzt schon so einrede, dass meine Träume so sind. Aber de facto habe ich aktuell kein großes Interesse, dass ich mich detailgetreu an drei bis fünf Träume jede Nacht erinnere. Früher konnte ich dir ja jeden Tag zehn Seiten aufschreiben, was in meinen Träumen abging. Ich konnte dir den Geschmack von Getränken detailgetreube aufschreiben. Aber der Step dahin, die Träume halt kontrollieren zu können, ist halt genau das Ding. Mach doch mal kurz Recap, was ist denn Lucid Dreaming überhaupt? Für die Leute, die es noch nicht bei uns gehört haben. Luzides Träumen im Endeffekt ist, also so habe ich aus meiner Erinnerung her, was ich dazu sagen kann, wäre einfach, dass du an einen Punkt kommst, wenn du träumst, dass du durch Check, also durch Reality Check, verstehst, dass du in einem Traum bist und dadurch dann auch den Traum aktiv wahrnehmen und kontrollieren kannst. Also dir wird im Traum bewusst, dass das gerade ein Traum ist. Und daraus gefolgt, es gibt verschiedene Stufen, wie luzide man sein kann in Träumen. Das geht so von, ich glaube, das ist ein Traum, aber ich nehme das jetzt einfach so hin, bis zu full on luzide. Du bist dir zu 100% sicher, das ist ein Traum und du kannst den Traum auch formen. Und dann ist literally deine Vorstellungskraft. Also du kannst auch einfach den Superman machen und rumfliegen und auf dem Mars landen und Aliens treffen. Und literally alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du dann im Traum machen. Ja, und ich war halt einmal an dem Punkt, wo ich es halt geklappt hat, wo ich es verstanden habe und dann ist es halt direkt gecrashed. Beim ersten luziden Traum war es bei mir eins zu eins so, ich war mit meiner Ex-Freundin damals in irgendeinem Hotel und ich war auf der Hinterseite, also diese Ladefläche von einem Truck und wir sind nachts durch den Wald gefahren. Dann habe ich in diesen Wald reingeguckt und habe da Monster gesehen. Dann war ich so, hä, Digga, es gibt doch gar keine Monster. Was soll das hier? Oh, vielleicht ist das ein Traum. Reality-Check gemacht. Mein Lieblings-Reality-Check. Es gibt verschiedene. Du kannst zum Beispiel auf eine Digitaluhr gucken und in einem Traum kommt das häufig vor, dass eine Digitaluhr dann 32.68 Uhr anzeigt und dann bist du so, Bro, das geht ja gar nicht. Es gibt auch den Reality-Check, dass du dir deine Hand anguckst und du wirklich guckst, ob du fünf Finger hast. Das habe ich mal gemacht. Weil im Traum ist da manchmal einfach noch so ein sechster Finger mit dabei. Und mein Lieblings-Reality-Check ist aber, Nase zu halten und atmen. Weil wenn du dir in einem Traum die Nase zuhältst und atmest, kriegst du Luft. Ah, okay. Und das war immer mein absoluter Lieblings-Reality-Check. Also 100% meiner luziden Träume sind durch diesen Reality-Check entstanden. Ah, krass. Nee, ich habe immer den Hand-Check gemacht. Okay. Damit hat es bei mir nie geklappt. Okay, doch. Das hat einst einmal geklappt. Aber es war wirklich, wir sind Auto gefahren. Hier auf der Hauptstraße in Dudenhofen. Und dann habe ich es gecheckt. Und in der Kurve sind wir dann, weißt du, wo die Sparkasse ist? Ja. Jetzt sind wir in den Bäcker da in der Sparkasse reingefahren. Dann bin ich aufgemacht. Perfekt. Jetzt bin ich kurz gecrashed. Also mal am höchsten Crash. Ja. Mein erster luzider Traum ging auch ungefähr fünf Sekunden. Weißt du, ich sehe so diese Monster und denke mir so, hey, Monster gibt es ja gar nicht. Ich mache den Reality-Check mit der Nase, kriege Luft durch die Nase und bin zum ersten Mal so. Heilige Muttergottes, Digga, das ist ein Traum. Pupp wach. Weil das Problem ist, du darfst dich nicht zu extrem freuen, weil dann wachst du auf. Ja. Und genau das ist mir passiert. Gut, wie sind wir zu dem Thema gekommen nochmal? Warum sind wir jetzt auf einmal bei Industrial Dreaming? Weiß ich gar nicht. Aber wir haben wegen Schlafen und Träume und Erinnern und Mantras. Ja, genau. Du bist gesund auf der Messe. Genau, ich bin gesund auf der Messe. Ja. Und da dazu... Schon wieder 18 falsche Abbiegungen genommen hier. Nee, Gedanke wegen Krankaufmesse war ja eigentlich, weil das so einfach so mein Händchen ist dafür, dass ich dann einfach zweimal Spanien und Hokage gewesen, zweimal krank. So, was ist das denn? So, ich war wirklich zweimal da und beide Mal in eine Erkältung gezogen. Wo wir dann noch in der Apotheke sind und ich mal irgendwelche spanischen Medikamente geholt habe, wo Johannes das Ganze so ein bisschen übersetzen geleitet hat und ich dann gesagt habe, ja okay, nehme ich dann halt mit. Hast du da so drei grüne spanische Tabletten und Johannes ist so, den musst du nehmen und du bist so... Okay. If he dies, he dies. Nehme ich dann halt wohl. Nee und gestern war es was übelst wird, ich war im Training gewesen und ich war zwar ein bisschen müde einfach, aber eigentlich alles gut und aus dem Studium rausgegangen nach dem Training war eigentlich voll okay und ich setze mich auf das Auto, fahre los und auf einmal so richtig übel, also vom Übergeben her übel und ich dachte so, nee, ich werde jetzt nicht krank und ich werde jetzt auch nicht ins Auto kotzen. Du meinst, ich bleibe gesund. Genau, ich bleibe gesund und zu Hause sagen, ich bleibe gesund und ich werde ins Auto kotzen. Was? Es hat kurz gerannt in deinem Gesicht gesehen, so. Wie drücke ich das positiv aus? Das ist der Kante Lenkrad voll. Stark. Gut. Also dir war schlecht auf der Autofahrt. Und richtig schwierig, ich bin dann zu Hause angekommen, nicht geduscht, weil ging es irgendwie richtig dreckig. Hingelegt auf die Couch, halb eingepennt und irgendwie eine Stunde später alles weg, alles easy. Hat dann auf einmal... Eigentlich nach so ein bisschen Foodpoisoning. Aber ich wusste nicht... Hat du was Komisches gegessen? Eigentlich nicht. Ich habe... Ja gut, aber immerhin war es nach der Stunde weg. Ja, immerhin. Ja, ich war dann auch einfach ZNS bisschen überladen im Training. Wusste nicht von was, weil ich mache ja Reha-Training. Ja. Gut. Mit den fünf Kilo Handeln im Ding. Ja, genau. Ist schwer zu überladen. Ja. Na gut. Naja, Hauptsache dir ging es besser. Genau. So, das wollte ich nur kurz einwerfen. Wo waren wir da vorstehen geblieben? Ne, wir waren bei dem Punkt, dass du... Also du hast vorhin vor der Cast-Aufnahme schon gesagt, ich hoffe eigentlich fast, dass ich mich nochmal erkälte, damit du jetzt die Erkältung aus dem Weg hast und dann zur Messe wieder fit bist. Ne, ja, genau. Aber ich meine, an welchem Punkt waren wir da? Frau Uka, ne? Ja. Ja. Da waren wir auch kurz. Das war nach meiner Erkältungs-Story. Weil ich wollte eigentlich sagen, dann war ich krank auf dem Event, aber der Alex war da, wie war es denn? Genau, aber... Aber Alex war nicht da. Wo ich eigentlich hin wollte, weißt du irgendwas über Uka? Hast du sonst irgendwelche Infos? Weil ich habe ja, glaube ich, einen kleinen Teaser mal im Cast gegeben gehabt. Du hast jetzt... Ja, du warst ja schon mal auf dem Event. Genau. Ich habe das Ding noch nie gesehen oder probiert. Okay, du hast auch noch nichts in der Zwischenzeit oder danach jetzt. Gar nichts. Okay. Leider. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin mir schon relativ sicher, dass das natürlich nicht unser neues Lieblings-Rauchgerät wird, weil es dafür wahrscheinlich einfach zu weak und zu wenig Rauch ist. Aber ich finde das Ding trotzdem ultra interessant. Weil es sieht super futuristisch aus. Das System ist cool. Vielleicht um alle nochmal abzuholen, die noch gar nichts über Uka gehört haben. Uka ist eine elektrische Shisha, die mit einem Kapselsystem funktioniert. Also so ein bisschen wie die Ramsider. Übrigens, wo Ramsider, Digga? Die sollte auch schon seit gefühlt zwei Jahren jetzt raus sein. Hört man immer noch nichts. Also maybe ist es doch ein Scam gewesen. Keine Ahnung. Also falls irgendjemand von euch schon Geld an Ramsider geschickt hat, schreibt uns doch mal, wie das lief. Das wollte ich dich gerade fragen. Hast du dir nicht damals eine geholt? Nein, nein, nein. Okay. Ich habe von Anfang, also am Anfang habe ich ja gedacht, das sieht aus wie ein April-Scherz. Nur irgendwie ist es nicht April. Genau, das war der erste Stand. Genau. Und du hattest dich ja, glaube ich, auch mit denen getroffen gehabt, oder? Die waren hier. Die waren hier mit zwei Prototypen. Zum Messe irgendwann. Ich habe noch nach der Messe und ich habe das Ding geraucht und das hat auch schon ganz gut funktioniert. Und dann war ich eigentlich so, okay, krass, ich glaube, das ist wirklich real. Und da dachte ich nämlich, dass du nach dem Punkt dir eine geholt hättest. Nee, die haben mir nach dem Video gesagt, wenn das Ding kommt, kriegst du eine. Ah, okay. Aber ich habe immer noch keine. Okay. Und ich kenne auch, also soweit ich weiß, hat auch noch niemand eine. Ich wüsste auch nicht, ich kenne auch keinen, der da eine hat. Vielleicht ist das so ein Classic-Kickstarter-Ding. Wir machen Kampagne, wir wollen das schon rausbringen. Ei, hat da nicht geklappt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, soweit ich weiß, hat noch niemand eine Ramsider. Und schon nicht viel dafür theoretisch was vorbestellt haben. Genau, das wäre die Frage. Falls irgendjemand von euch bei Ramsider vorbestellt hat, schreibt uns gerne mal. Also würde mich auf jeden Fall interessieren, wie da so der Status ist, wie oft man da vertröstet wurde und so weiter. Oder ob ihr vielleicht euer Geld zurückbekommen habt und das Ding gecancelt wurde. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, UK ist sowas wie die Ramsider. Sprich eine Shisha, die schon eine Bowl hat, die eine Rauchsäule hat und oben hast du so eine UFO-artige, tellermäßige Konstruktion, wo dann so ein Button ist, wie so ein altes CD-Laufwerk. Klickst du drauf, geht eine Klappe auf, legst so einen Pot rein, was basically ein etwas größerer Nespresso-Kapsel-Ding ist. Die legst du rein. Die Pfeife erkennt, okay, das ist die und die Geschmacksrichtung und dann muss ich so und so viel Hitze über die und die Zeit geben. Also auch so ein bisschen wie bei Ramsider mit dem NFC-Chip da drin. Ja, aber ich habe es noch nie probiert. Es sieht cool aus. Es ist was super Interessantes, was super Neues und ich würde es gerne testen. But I did not. Okay, dann vielleicht spätestens nach der Messe. Ja. Auf der Messe werden die am Start sein mit einem eigenen Stand. Da könnt ihr es also auch sehen, probieren, anfassen, rauchen potenziell. Hoffentlich, ja. Ja, da werden wir dann hoffentlich ein bisschen mehr drüber erfahren. Genau. Ich muss mal gucken. Ich glaube, alle, die auf dem Event waren, haben eine bekommen und ich war ja auf dem Event eingeladen. Ja. Also vielleicht muss ich da einfach nochmal mit Uka schreiben. Vielleicht können die mir die ja einfach dann zuschicken. Zuschicken, dass du dann vor der Messe nochmal was hast. Ja, weil ich habe letztens bei Anita in der Story gesehen, die hat die, glaube ich, auch daheim. Stimmt, ja. Ja, also schätze ich mal, dass jeder Influencer, der auf dem Uka-Event war, auch eine Uka bekommen hat, um dann jetzt wahrscheinlich Content, um dieses Ding zu machen. Aber da muss ich einfach nochmal, schreibe ich nochmal den Jungs. Vielleicht kriegen wir das hin. Vielleicht seht ihr im nächsten, übernächsten Shisha-Cast dann auch hier die Uka stehen. Weil schon was sehr Interessantes, finde ich. Auch wenn ich mir, wie gesagt, schon relativ sicher bin, dass wir natürlich nicht die Zielgruppe sind. Aber für irgendjemanden, der ein schickes Wohnzimmer hat, eine ganz nette Pfeife haben will, um da zwei, dreimal im Monat ein Köpfchen zu rauchen, ohne da, hat kein Bock, sich jetzt da tief in die Materie einzuarbeiten, Kopfball zu perfektionieren. Also schmeißt du eine Kapsel rein, drückst du Start, hast du anderthalb Stunden Spaß und dann ist auch wieder gut. Und jo, wenn der Rauch jetzt halt halb so viel ist wie normal, juckt auch nicht krass. Dann ist es halt so. Für so Leute könnte das, glaube ich, schon sehr, sehr geil sein. Ich denke auch. Ja. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wichtig. Ja, Pizzagate. Funny Story. Ähm, letzte, im letzten Stream, am Dienstag. Ich war wieder den ganzen Tag im Büro und ich war noch nicht einkaufen fürs Büro. Normal habe ich ja wenigstens so ein bisschen Toast und Putenbrust, damit ich mir ein Optik drin Sandwich machen kann. Hatte ich nicht, also habe ich mir eine Pizza bestellt. Irgendwann ruft der Kollege an und sagt so, jo, machst du mal auf, ich habe schon 20 Mal geklingelt. Ich gucke hier so aus dem Fenster, keiner da. Denkt mir so, hier, bist du am falschen Eingang oder was? Und er so, nee, ich stehe vor dem Eingang. Und dann hat er die Adresse von meinem Zuhause gesagt. Und ich habe mir eine Pizza heimbestellt. So, jetzt war es aber kurz vorm Stream. Ist aber auch nicht das erste Mal, dass es passiert, oder? Ist schon mal passiert, ja. Aber jetzt ist es wieder passiert. Und dann war es aber, also es wäre relativ knapp gewesen, heimzufahren, die Pizza zu essen, Slash zu holen und wieder ins Büro zu fahren. Ich habe dann noch eine bestellt, ins Büro, aber natürlich bei einem anderen Lieferdienst, weil es mir zu peinlich war, bei demselben dann nochmal zu bestellen. Ich habe dem dann gesagt, jo, leg die Pizza einfach auf die Fensterbank und ich komme dann irgendwann. Also hast du die auch schon bezahlt gehabt. Ja, ja, die war bezahlt. Okay. Er hat dann halt leider kein Trinkgeld bekommen. Ja. Aber er hat die Pizza dann einfach bei mir daheim aufs Fensterbrett gelegt. Ich habe mich da auf Lieferando gegangen, anderer Lieferservice und habe mir die Pizza dann ins Büro bestellt. Ach, Marv. Ja. Aber es war auch keiner zu Hause. Also ich hatte gestern einfach eine komplette Pizza dann noch. Ja. Dienstag Pizza, Mittwoch Pizza. So lässt sich's leben. So lässt sich's leben. Und heute muss ich entweder einkaufen oder wieder was bestellen, weil wie gesagt, von kurz nach Aufstehen bis kurz vor Schlafen heute Bürozeit. Denk an die richtige Adresse. Ja. Mach ich. Ja, also Pizzagate war Bild. Speaking of Pizza, es gab jetzt den ersten Avocado-Restaurantest. Also in diesem Moment ist das Video noch nicht online. Aber wenn der Shisha-Cast rauskommt, ist das Video online. Ich war zweimal bei Pizza Rimini in Offenbach. Die machen napolitanische Pizza, machen sehr geile Pizza. Und ich war da zweimal essen. Und ich wollte ja sowieso mit Avocado, seitdem der Switch von Englisch auf Deutsch kam, beziehungsweise von Englisch und Deutsch auf nur Deutsch kam, habe ich mir ja schon gedacht, ich würde eigentlich gerne noch Lieferessen bewerten, Restauranttests machen, Foodtouren drehen und so weiter. Da bieten sich mir jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das war der erste Test. Da habe ich den Rimini-Jungs geschrieben. Grüße gehen raus an den Erfan. Der Erfan ist einer der Chefs von Rimini. Turns out, der hatte früher mal einen Shisha-Shop und kannte die Shisha-WG-Videos. Ach echt? Das hat er mir erst erzählt, als wir an dem Drehtag da waren. Und ich habe den nachher dazu geschrieben, hey, ich habe schon so einen Shisha-Kanal, aber ich baue jetzt noch einen neuen Kanal auf. Der ist jetzt noch relativ am Anfang. Aber hättet ihr vielleicht Bock, dass ich bei euch einen kleinen Restaurant-Test drehe? Ich war schon zweimal bei euch. Das hat mir übel gut gefallen. Ich würde da gerne ein Video zu machen. Und dann war er so, ja, okay. Und ich war so, wie? Ich darf jetzt wirklich einfach bei euch drehen. So, ja, kannst du machen. Kannst mit uns in den Tag starten. Wir sind so ab 10.30 Uhr da. Um 12 Uhr machen sie auf. Und dann bin ich da. Der René ist noch mitgekommen als Kameramann. Und ich muss sagen, es war das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Und beim Schneiden sind mir schon so viele Sachen aufgefallen, wo ich mir denke, am liebsten würde ich es nochmal neu drehen. Ich bringe das jetzt aber einfach so. Es ist auch nicht scheiße, aber es füllt nicht die Ansprüche, die ich eigentlich bei sowas an mich habe. Wie war das für dich bei der Aufnahme, ein Video zu kommentieren oder professionell aufzuziehen, was nichts mit Shisha zu tun hat? Faszinierend. Ist das Wort. Das, was ich benutzen möchte. Faszinierend. Es war ungewohnt. Es war neu. Es war aufregend. Es war ein bisschen beängstigend, weil ich halt dauerhaft dieses, wenn ich jetzt noch ein Shisha-Video drehe, ich weiß genau, was ich machen muss. Das ist keine Überraschung mehr. So, ich versuche natürlich auch immer wieder neue Sachen einzubauen. Zum Beispiel habe ich jetzt im letzten Review J-Cuts mit eingebaut in den Schnitt oder in den letzten paar Videos habe ich auch sehr viel mit verschiedenen Kameraengeln. Also nicht immer nur drüben, sondern auch mal, ich sitze mal hier auf dem Stuhl, erzähle das Intro, dann bin ich an der Kopfbaustation, dann sitze ich vorm Schrei, immer so verschiedene Positionen. Wir müssen neue Köpfe machen. Das Thema noch kurz und dann machen wir kurze Pause. Es war verrückt. Und während dem Dreh haben wir alles gefühlt nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und im Nachhinein beim Schnitt dachte ich mir so, allein unsere Sitzposition. Ich hätte mich so setzen können, dass du wundervoll das ganze Restaurant hinter mir gesehen hättest. Und wo habe ich mich hingesetzt? Vor eine Holzwand. Mit Hauttönen, die ja in so eine Orange Richtung gehen, vor eine orange Holzwand zu setzen. Bro, wie dumm. Wie fucking dumm. Aber so habe ich es gemacht. Und dann beim Schnitt dachte ich mir, was zum Teufel. Dann hatte René die A-Kamera in der Hand und die B-Cam war auf dem Stativ. Warum? A-Kamera aufs Stativ und dem René die B-Kamera in die Hand geben und immer wenn ich über eine Sache spezifisch rede, kann er in aller Ruhe B-Roll zu dieser Sache drehen und bumm, du bist durch, fertig. Dann hat René auf der A-Kamera immer Aufnahme an, Aufnahme stopp. Die B-Kamera lief aber durch. Wie zum Teufel willst du das synchronisieren? Ich saß stundenlang da und habe aus dem insane langen B-Roll, was ein Take war, mir Schnipsel rausgesucht, die ich dann immer manuell über die anderen Aufnahmen legen musste, wo ich mir denke, was seid ihr für ein Drecksanfänger. Also Sitzposition war scheiße, das mit der A-B-Kamera, wie wir das aufgeteilt haben und wie man das dann nicht synchen konnte, war scheiße. Aber jetzt weiß ich es. Bei mir glaube ich nicht die Fehler machen. Da werde ich in diese Location kommen und instant sagen, was ist der beste Spot, um dieses Review zu drehen. Zum Glück, wir waren ungefähr fünf Stunden da für den Dreh, weil ich hatte ja meinen riesen Slider mit dabei. Mit Verlängerungskabel, allem drum und dran. Richtig schöne Aufnahmen von dem Laden gemacht. Das heißt, es gibt erstmal sozusagen eine Minute Cinematics von dem Laden mit einem Voice-Over, wo das Intro läuft, wo ich was dazu erzähle. Und dann kommt der, ich sag mal, Taste-Test. Und es ist schon ein sehr solides Video geworden, meiner Meinung nach. Vor allem gibt es zu Rimini bis jetzt ein Video. Und das ist, tut mir leid für den Bro, der das gemacht hat, also nicht böse gemeint, aber das Video ist wirklich ass-Qualität. Er macht draußen das Intro, das klingt noch gut. Und dann setzt er sich aber ohne, also ich glaube, da ist einfach mit dem Handy gefilmt, setzt er sich in das laute Restaurant. Und das Video geht so 14 Minuten und du guckst so eine Minute Intro und da ist noch alles fein. Und dann sind es 13 Minuten, wo du dich gottlos anstrengen musst, um überhaupt was zu verstehen bei der Audio-Qualität. Ja, gut. Also man kann safe sagen, es wird das beste Video, was es auf YouTube gibt über Rimini, aber es ist trotzdem nicht ganz da. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, was ich alles hätte besser machen können und das triggert mich ein bisschen, aber ja, ist halt nicht so, als ob ich das jetzt gerade nochmal schnell drehen könnte. Ich finde es super interessant, weil das sind ja eigentlich, also gerade die Sachen, die du angesprochen hast, sind ja eigentlich Sachen, die du weißt. Genau. Das finde ich krass, weil das sind ja jetzt keine Sachen. Aber durch dieses alles neu, erstes Mal, du musst auf so viele Sachen achten, schmeißt du teilweise Basics über Bord. Das ist crazy. Wirklich, ich saß vor meinem Rechner, also vor dem Mac, in Final Cut und ich dachte mir so, Junge, was ist das? Warum hast du nicht nachgedacht? Dann habe ich das auch, René kam dann ein paar Tage nochmal später und meinte so, und, wie sieht es damit aus? Und ich sage mal, was haben wir da gemacht? Wie dumm waren wir denn? Also wirklich, weißt du, also ich würde ja sagen, René ist nicht unbegabt mit einer Kamera und ich bin nicht unbegabt mit einer Kamera. Aber wenn, wie gesagt, das Endprozess, ich meckere jetzt sehr, sehr viel. Das klingt, als wäre das Video absolut scheiße. Es ist nicht absolut scheiße. Aber ich habe auch nicht gerafft, warum. Ja, das finde ich crazy. Weil wenn das jetzt so spezifische Sachen gewesen, die man jetzt einfach wirklich erst im Schnitt bemerkt, wäre das was anderes. Aber das sind ja wirklich Sachen, wo ich weiß, dass du sie zu 100% weißt und die eigentlich auch wirklich immer... Du wusch die Basis. Mach erst mal die Basics. Genau. Ja, ich bin noch auf der Zugspitze. Aber ich will auf den Mount Everest. Ach, Digga, die KLS-Zeiten, holy shit. Hast du das Video von... Ich weiß nicht, ob es Tourboard Geist oder Simplicissimus war. Ja, habe ich gesehen. Oh, das war so... Das war geil. Nostalgie pur, als ich das gesehen habe. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir brauchen neue Köpfe. Ja. Wir machen die Köpfe, wir legen die Kohle. Ich zeige dir das Video zu Rimini und dann kannst du jetzt gleich nochmal sagen, was du davon hältst. Ja, dann machen wir so. Okay, gut. Bis gleich. Bis gleich. Freunde, wir sind zurück. Zwei wundervolle Köpfchen wurden von dem Alex kredenzt. Was hast du uns denn gebaut? Ja, also dir habe ich gebaut. Hauptsächlich den Preach von Place. Ich habe aber noch einen, weil du ja schon alle probiert hast, habe ich hier noch ein bisschen Real PF. Und jetzt muss ich überlegen. Ich schmecke ehrlich gesagt auch fast nur Preach. Levinciaga habe ich sogar nochmal reingepackt. Ah ja, okay. Aber wirklich der Hauptteil ist wirklich Preach. Einfach, dass wir dazu noch was sagen können. Levinciaga hätte ich jetzt auch gesagt. Oder gefühlt hätte das auch sein können, dass das einfach der Restgeschmack von dem, was in der Pfeife noch drin ist. Aber ist gut. Ist lecker. Ist lecker? Ja. Und ich habe mir das gebaut, was du dir nicht bauen wolltest. Aber die Place hatten schon ein paar Tage da. Ich habe mich immer noch nicht getraut, den Cinnamon Roll zu probieren. Und den habe ich mir jetzt gebaut. Und ich würde sagen, wir gehen da gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber wo waren wir stehen? Du hast eben das Rimini-Video gesehen. Wir waren bei dem Rimini-Video. Was sagst du? An sich super solide. Also gerade dafür, dass dein erster Restauranttest war. Was wir ja auch nicht vergessen darf. Ich habe zwar gerade gesagt, du weißt die ganzen Sachen eigentlich. Aber du drehst ja auch in der Regel immer bei dir im Studio. Also gefühlt von jetzt 1080 Videos sind maximal 80 nicht im Büro. Genau. Oder in meinem jeweiligen Set. Und von den 80 lass davon nochmal 50 Vlogs sein. Also es kommt wirklich sehr, sehr selten vor, dass du wirklich in anderen Locations festdrehst. Und da ist es vielleicht immer nachvollziehbarer. Gerade nochmal, wenn es was anderes ist. Deswegen an sich super solide geworden. Ich habe jetzt richtig Bock auf diese Pizza. Go for it. Das ist geil. Es sah sehr, sehr lecker aus. Was ich jetzt noch dazu sagen würde, was mich persönlich jetzt als Zuschauer ein bisschen stören würde, ist dann vielleicht so ein bisschen dieses TikTok-Denken. Auch so für das Pacing würde ich noch B-Roll-Aufnahmen, während du die Pizza-Reviews reinpacken. Also wenn du über den Teig sprichst, das ist dann nochmal ein Slidershot oder irgendwie von oben ein Shot vom Teig vielleicht im Backofen oder sowas. Da wüsste ich jetzt auch schon genau, wie ich es beim nächsten Mal machen würde. Das Problem war, wir haben einfach die vier Pizzen bestellt. Also wir sind dann zum Bestellen und haben überlegt, welche wollen wir alle testen und haben wir die bestellt. Das war dumm. Wir hätten eine Pizza bestellen sollen, den Slider vorher schon aufbauen und einrichten, weil so einen Slidershot machst du nicht mal gerade nebenbei. Der braucht Zeit. Also damit du so einen 10-Sekunden-Slidershot hast, brauchst du wahrscheinlich 10 Minuten beim Drehen. Wir hätten aber den Slider vorbereiten sollen an einem anderen Tisch. Die erste Pizza wird gemacht. Wir drehen schnell den Slidershot. Wir nehmen die in unsere Main-Shooting-Location, drehen dann kurz das Review, also den Taste-Test zu dieser Pizza und dann bestellen wir die nächste. Also immer Step-by-Step im Endeffekt. Und wir hatten dann halt vier Pizzen vor der Nase und mussten halt schnell, schnell machen, weil die ja sonst, also eine kalte Pizza ist halt nur halb so aussagekräftig. Auch geil, aber musst du ja schon frisch probieren. Und das heißt, wir mussten uns ranhalten. Aber das machst du aber beim nächsten Mal anders. Genau, beim nächsten Mal weiß ich direkt, am Anfang gucke ich nach einer Geschöpfung. Was ist mein Main-Shot, den ich haben will? Wo setze ich mich hin? Wie bestellen wir, damit wir alles schön drehen können? Und so weiter. Ansonsten ist es super cool geworden. Also ich bin mal auf das T-Tick von Leuten gespannt, weil ich glaube... Was würdest du für eine Schulnote geben? Oder sagen wir 1-10-Skala, was würdest du da geben? Ich glaube, ich würde eine 7 geben. Von 0 bis 10, ja. Also Schulnote, habe ich gerade gedacht, würde ich eine 3 plus geben. Genau, ich wäre auch zwischen 2 minus und 3 plus. Irgendwo dazwischen. Aber ich glaube, zwischen 0 und 10 wäre es eine 7, ja. Ja, aber ganz ehrlich, also ich bin nicht durch und durch zufrieden. Aber ich sage mal, wenn jeder sagt, das ist eine 7 von 10 das Video und für das erste Restaurant-Test-Video ist das ja eigentlich ganz solide. Und auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, wie aussagekräftig da meine Meinung ist, weil A, hast du mir schon erzählt, was dich daran stört. Und B, sehe ich das dann auch eher aus einem Creator-Blickwinkel, als nur, boah, ich will erfahren, wie cool die Pizza bei Rimini ist. Ja. Weil ich glaube, wenn du einfach nur die Informationen haben willst, dann ist das ein perfektes Video. Ja. Also, perfekt, weiß ich nicht, aber... Ja, aber du kriegst das, wenn du es aus Consumer-Perspektive siehst, klar. Du kriegst einen Einblick vom Restaurant. Du willst einfach nur wissen, ey, wie ist denn diese Pizza Rimini? Ich google das mal. Oder such es direkt auf YouTube. Du findest dieses Video. Du siehst das Restaurant. Du weißt, wo es ist. Du weißt, wann es auf hat. Du weißt, wie viel die Pizza kostet. Du weißt, wie die Pizza gemacht wird. Du weißt, wie die am Ende aussehen. Und du weißt, wie sie schmecken. Und hast sogar schon Empfehlungen, was für mich die besten Pizzas da sind. Deswegen, also die Key-Infos hast du als Consumer eigentlich alle. Das ist jetzt eigentlich nur noch so für... für das Creator-Auge, sage ich mal. Ja, ich würde schon sagen, generell... Also, wo wir eben die ganze Zeit über Basics geredet haben. Die Basic-Infos, die du in einem Restaurant-Test-Video brauchst, die sind drinnen. Es gibt aber noch Möglichkeiten, wie man das Ganze hätte schöner verpacken können. Wo ich aber beim nächsten Mal dran denken werde. Genau. Aber ja, fürs erste Video bin ich ganz happy. So, Alex. Das war jetzt relativ viel von mir. Als nächstes steht hier auf unserer Liste Eintracht. Ja, Eintracht. Ich bin ja... Hole ich ein bisschen weiter aus. Ich habe ja ganz früher Fußball gespielt. Und da war ich auch voll im Thema drin und alles. Also auch wirklich... Wie alt warst du, als du Fußball gespielt hast? Oder wie lange? Ich wurde zum Fußball geschickt mit hier Bambinis. Wie alt ist man da? Vier, fünf oder sowas? Ja, also ganz klein. Das ist ja ganz klein wirklich. Da spielst du ja auch noch keinen Fußball. Das ist dann so Kinderbetreuung mit Ball gefühlt. Ja. Das ist schön ausgedrückt. Und ich habe, glaube ich, bis zur B-Jugend, B- oder A-Jugend gespielt. Was ist das dann? Boah, ich habe aufgehört, dass da war ich so 14, 15 müsste es gewesen sein. Also ich glaube, ich habe keine Herren gespielt, keine Herrenmannschaft. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auch so, dass ich dann wirklich in dieses Fitnessgame reingekommen bin. Da habe ich auch so relativ viel Interesse am Fußball verloren. Also ich bin von Kind auf Bayern-Fan und halt immer Frankfurt-Sympathie. Echt? Ja. Es gibt Bilder von mir. Mein Vater ist Bayern-Fan auch schon in Ewigkeiten. Und war das dann so ein Ding? Mein Papa ist Fan davon und hat mir das vorgelebt und ich muss das jetzt mitmachen, ansonsten werde ich enterbt. Nee, ich war dann, das war dann eher so, ich habe dann mit meinem Papa zu Hause Fußball geguckt oder sind dann auch mal irgendwo hingegangen, haben Fußball geguckt. Und als Kind, wenn dein Papa halt jubelt, wenn dann Bayern ein Tor schießt, hast du halt mitgejubelt. Und seitdem war ich dann halt auch mit Bayern-Fan. Natürlich dann auch durch die Nähe einfach Frankfurt-Sympathisant, weil du dann einfach öfter mal da ins Stadion kommst und so weiter. Ist das nicht ein moralisches Dilemma, wenn du Eintracht Frankfurt und Bayern-Fan bist? Ich glaube, wenn du so ein Hardcore-Fan bist oder wirklich Extrem-Fan bist, ich glaube dann schon. Wurdest du mal geschlagen dafür, dass du in Frankfurt wohnst und sagst, du bist Bayern-Fan? Nee. Schade. Das kam gerade viel zu trocken, Marv. Das war wirklich zu trocken. Das ist der perfekte, wir müssen einfach den Clip rausschneiden, zack, auf TikTok, zwei Millionen Likes, easy. Ich glaube, das Einzige war so ein herabfallender Blick von einem Offenbach-Fan, weißt du? Weil es ja trotzdem im Kreis Offenbach hier ist. Hör mir auf mit Kickers-Fans. Fußball ja eh generell gar nicht, aber ich finde es immer witzig, was ich auch liebe. Weißt du, was mein Lieblingsding bei Fußball-Fans ist? Wir spielen am Samstag. Wir sind am Samstag in Nürnberg. Wir. Ich bin der Verein. Ich bin da drinnen. Entschuldigung, Basti, wenn du das jetzt siehst, weil Basti ist genau so ein Mensch. Und den ziehe ich auch manchmal damit auf. Was ist Basti für Bayern oder? Das andere München-Ding. 1860 dann. Potenziell ja. Ja, das ist, glaube ich, der andere Verein in München, den es da noch gibt. Ja, also Basti hasst auf jeden Fall Bayern München. Ja, er müsste dann 1860 schon sein, ja. Und er mag das andere Team aus München. Ja, okay. Ja. Ja, auf jeden Fall ist Basti auch immer so, wir spielen am Samstag in Nürnberg. Und ich so, ach krass. Bist du diesmal mit auf dem Platz oder was? Warte, wild, Digga. Torwartkarriere wieder ausgepackt. Let's go. So, oh Mann, Alter, geh mir doch nicht wieder auf den Sack mit der alten Kamelle da. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Nee, find ich ja schön. Stell dir Basti richtig vor, wie er richtig schön salty wird. Er wird dabei. Mittlerweile ist das so. Juckt ihn dann nicht mehr? Ich find's witzig. Das glaub ich dir, ja. Auf jeden Fall hat es jetzt, glaube ich, letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr, als wir angefangen, dass ich einfach wieder mehr Fußball verfolgt hab, halt unter anderem durch erst mal sowas wie Champions League spielen, dann aber auch wieder regelmäßig Bundesliga geguckt. Und mein Papa hat halt... Du hast auch viel mit Moe Fußball geguckt, ne? Immer Pfeife Fußball? Nicht? Nee. Ich dachte immer, das wär Moes Wohnzimmer. Nee, nee, das war nicht bei Moe. Ah, okay. Nee. Ich glaub, Moe ist auch komplett raus bei Fußball. Ja, deswegen hab ich mich am Anfang auch gewundert, aber... Nee, nee. Genau, und mein Papa hat halt Karten gehabt, und zwar für die Business Area bei Frankfurt. Na, wenn dann richtig, ne? Ja, und dann hat er gesagt, der geht dann normalerweise, wenn er so Tickets bekommt mit seinem Bruder hin, also mit meinem Onkel. Der ist aber Skifahren und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Wie schade. Ja, schlimm, ne? Ich würde mitgehen, Papa. Ich wär dabei. Ja, das hab ich dankend angenommen, ja. Und ich war schon ein paar Mal normal im Stadion, auf den ganz normalen Sitzplätzen halt. Und das ist schon was ganz anderes. So, wenn du da erstmal irgendwie in eine Tiefgarage kommst, statt dann irgendwo draußen auf dem Parkplatz zu parken, dann noch an den ganzen Buden, mit den ganzen Fans vorbeizulaufen, parkst du in eine Tiefgarage, gehst raus, bist direkt dann im Stadion drin. Allein der Punkt mit dem Parken ist halt wirklich eine 10 von 10, Digga, weil es gibt wirklich nichts Nervigeres, als zum Stadion, also ich war vielleicht in meinem Leben dreimal im Stadion, es gibt nichts Nervigeres, als 800 Kilometer weit wegparken zu müssen oder direkt mit der Bahn reinzufahren und dann auch, wenn du mit der Bahn wieder rausfährst, in die ersten drei Bahnen kommst du gar nicht mehr rein, weil die voll sind und so. Ja, ich glaube, wir sind sonst auch immer eher mit der Bahn gefahren, wenn wir halt nicht irgendwie, da gibt es auch um die Ecke irgendwo so ein Parkhaus, wenn wir da irgendwie keinen, nicht über Freunde oder Bekannte hier so Einfahrtskarte oder Infos bekommen hätten, wie wir da reinkommen, sind wir, glaube ich, auch mal eine Bahn gefahren. Weil ich würde mich, ich würde da sonst niemals mit dem Auto hinfahren, wenn ich es nicht müsste. Ja, ich glaube, mein Dad ist so dreimal im Jahr im Stadion und der fährt dann auch dreimal mit der Bahn gefühlt. Weil allein, also ich war ja auf ein, zwei Festivals, die in der damaligen Commerzbank Arena noch waren. Jetzt ja Deutsche Bank. Genau, Deutsche Bank. Weißt du, was die richtigen OGs sagen? Waldstadion. Waldstadion. Und da bei den Festivals bin ich halt mit dem Auto hingefahren und da haben wir dann auf diesem Standardparkplatz da beim Wald geparkt und es gibt, es gab nichts Gottloseres, als da dann wieder rauszufahren, als es vorbei war. Also ich stand, glaube ich, wirklich eine Stunde im Stau, bis ich da irgendwie wieder rausgekommen bin. Und da bin ich ehrlich, dann fahre ich lieber mit der Bahn. Aber auf jeden Fall in die Business Area dann reingekommen und wie fehlte Halse sind, kommt halt zu mir so, ich zeig dir jetzt erstmal alles. Bupp, komm mal mit dir, ich zeig dir mal, wie das hier läuft. Und dann hat er mir erstmal einen gefühlten Rundgang gegeben durch die komplette Lounge da oben. Sieht halt wirklich, also du würdest nicht denken. Wo Vlog, Alex? Ich hab's kurz überlegt, aber ich bin so selten mit meinem Papa halt irgendwie mal unterwegs. Und du hast auch vor allem eine Story gepostet, oder? Eins oder zwei Storys, ja. Also ich erinnere mich nur an die eine Story, wo du so, du guckst zur Kamera und in deinem Rücken ist das Spielfeld. Ja. Das ist das Einzige, was ich davon wahrgenommen habe. Ja, weil... Wo geile Business Area, Digga. Ach, hier noch ein bisschen Kaviar, ja bitte nehme ich ein Prosecco natürlich. Da sind wir dabei. Ich hab überlegt, ob ich das mache, aber ich bin so selten mit meinem Papa mal alleine irgendwie unterwegs, wo ich dann gesagt hab, ganz ehrlich, dass ich mach meine ein, zwei Storys vom Spielfeld dann kurz davor. Ja, auch verständlich. Und dann packe ich das Handy wieder weg. Aber war wirklich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich dann erstmal hingesetzt, war so eineinhalb Stunden vor Spielwöcken, dann kriegst du erstmal gezeigt, da gibt's so viel Essen. Das ist unglaublich. Also perfekt für uns. Ja, perfekt. Wann mal Avocado-Video. Stimmt. Business Area im Deutsche Bank Park. Essen bewerten. Das war richtig gut. Wir hatten da wirklich so, was passt da? Hier rote Beete. Kaviar. Kaviar hab ich nicht gesehen. Schwach. Aber auch so ganz außen so Kalbsleber mit Kartoffelbrei oder wirklich grünes Thai-Curry und so weiter. Wo ich mich aber wirklich drin verliebt habe, es gab so eine Stullenstation. Könntest du mir auch den Kohlekorb geben? Natürlich. Eine Stullenstation. Und da war wirklich so richtig schönes Bauernbrot, so leicht angeröstet. mit verschiedenen Belag halt drauf. Geil. Und... Da wird man zum Superallmann, ne? Da wird man zum Superallmann, ne? Oh, schönes Bauernbrot, dir Sauerteig. Ja, pass auf. Es wird noch deutscher. Okay. Weil, dann gab's halt sowas wie ganz normal mit Schinken drauf oder manche auch Salami. Da gab's aber Leberwurst mit so einer, ähm... Fühlt eine ganze Gurke oben drüber? Ne, kein Gurke. Das ist so eine Art Marmelade-Gelais. Ugh. Ja, ich kenn die Leute, aber ich mag's nicht. Ich fand das so unglaublich lecker. Die, ich glaub, die... Hast du an dem Tag ein Kilo Leberwasch gegessen, oder was? Das waren halt immer so zwei kleine Teller. Immer so kleine Teller, die dann mit so einem Rundlauf wie bei so Sushi-Restaurants, wenn du dann so All-Can-Eat hast. Und da standen zwei nette Damen hintendran, die das halt in den Alpen belegt haben. Die haben sich irgendwann... Also, ich glaub, die haben wirklich ausgelacht oder sich angeschmunzelt, weil ich bin... Ich hab, glaub ich, zwölf von diesen Tellern weggegessen. Ich bin da wirklich immer so mit zwei Tellern weggegessen. Hier der Pupp das erste Mal in der Business-Area kriegt daheim nichts zu essen. Jetzt muss er hier rein spachteln. Was geht damit, das für einen Monat reicht? Ich hab extra vorher nichts gegessen, weil ich wusste, dass es da Essen gibt. Aber ich hab mich da wirklich nur da bedient. Also, ich hab so eins, zwei andere Sachen noch probiert. Ja. Aber ich hab ganz ehrlich, das schmeckt so gut. Da hab ich mich dann gesehen. Und das Spiel war auch nett? Das Spiel war... Okay. Also, es war... Haben sie kassiert oder was? 0-0. Ja, okay. Deswegen hasse ich ja Fußball, ne? Sitze da 90 Minuten und es passiert original nix. Ja, das sind ja schon Sachen passiert. Ja, klar, ich weiß. Aber wenn du bei Basketball guckst und am Ende steht, es weiß ich nicht, 110 zu 98, dann hast du da richtig Action, weil sie fetzen die ganze Zeit hin und her. Du siehst dann da auch einen Körbe und das hat mich immer schon beim Fußball genannt. Aber was mich mittlerweile wirklich am meisten am Fußball triggert, da spielen ja nur Pussys. Also, ich muss korrigieren. Das war ein bisschen unfair. Es spielen nicht nur Pussys. Don't hate the player, hate the game. So, aber wie schnell sich so ein Mannschaft Fußballer fallen lässt und dann auch wirklich da 10 Minuten leidet, bis er rafft, okay, es gibt doch keine gelbe Karte fürs gegnerische Team und dann steht er auf und es ist nichts passiert. Das geht mir jetzt so auf den Sack beim Fußball. Ja, aber das ist ja genau das, was du gerade sagst, weil es funktioniert halt teilweise und das ist halt das Problem. Weil mich nervt das auch, aber wenn es halt funktioniert und du siehst ja oft genug, dass es funktioniert, ja, wenn du dich fallen lässt oder sagen wir mal schon, es gibt einen Grund, warum du failst, aber man hätte das potenziell natürlich noch fangen können und du bist aber im Strafraum und dann holst du deinem Team halt einen Elfer, bist halt der Held. Ja, ich meine, durch den Videobeweis ist es ja nochmal ein bisschen abgemildert, gerade im Strafraum, aber trotzdem siehst du manchmal Fouls und natürlich, du steckst nicht drin, aber du siehst von außen und denkst so, dafür musst du jetzt eigentlich keine 10 Minuten. Also ich habe das Gefühl, dass bei mindestens 50 Prozent und ich bin absoluter Laie, ich sehe nicht viel Fußball, aber immer wenn ich es dann mal sehe, denke ich mir bei 50 Prozent, wo die dann hinfliegen und sich drei Minuten schmerzverzerrten Gesicht über den Boden rollen, das hätte nicht sein müssen. Das größte Problem dabei ist, ich meine, du willst ja nie, dass sich jemand verletzt und das ist dann so natürlich auch, also denkst du erstmal, okay, hoffentlich ist alles gut, aber dieser Moment, wenn die halt dann gefühlt fünf Minuten erstmal auf dem Platz dann behandelt werden, aber dann halt wieder reinlaufen, dann wieder alles. Und es ist natürlich nichts passiert. Das ist halt das, wo ich sage, okay, hätte das so derart sein müssen, aber ist halt so, wie es ist. Aber war auf jeden Fall trotzdem ein cooles Spiel, hätte Eintracht auf jeden Fall gewinnen müssen, es war gegen Union Berlin, aber ja, 0-0, es gab auch einige Chancen für Union, wo ich gesagt habe, okay, die hätten eigentlich auch drin sein müssen, von daher sollte es unentschieden eigentlich auch so ganz neutral betrachtet okay sein. Ja, aber hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder am Starten zu sein. Also es ist nochmal wieder Papa-Sohn-Zeit. Ja, genau. Auch cool. Kommt ja oft viel zu selten. Wir haben eben in dem Pizza-Erzählungs-Arc einen wichtigen Punkt vergessen, weil es wird ja das Holy Triangle an Pizza-Content beim Avocado. Das fängt jetzt an mit, ich suche hier nach einem guten Pizza-Restaurant, dann, und das habe ich dir noch nicht erzählt, ich fliege nächste Woche nach Neapel, Dienstag bis Samstag, ja, aber ich habe noch nicht mehr erzählt, um dort eine Pizza-Food-Tour zu drehen für Marvocado. Ach krass. Das heißt, es wird so eine Art, ja, Vacation ist falsch, ich meine, wir sind drei Tage da und ich habe fünf Pizzerien mit der Freundin. Ah, okay. Die kriegt jetzt noch Kamera-Crash-Kurs, ja, und dann macht sie die Kamerafrau. Und wir sind drei Tage da und wir müssen fünf Pizzerien testen, potenziell sechs. Also, das wird schon relativ full und wahrscheinlich werde ich auch danach erst mal zwei Monate keinen Bock mehr auf Pizza haben, aber eigentlich muss danach dann noch das Video kommen, ich versuche die beste Pizza zu Hause zu machen. Weil so eine napolitanische Pizza kriegst du daheim nicht hin, weil der Ofen muss ja 500 Grad ballern, das schafft kein Ofen zu Hause, aber dann muss natürlich noch das Video kommen mit, wie kriegt man denn zumindest die beste Pizza hin, die man halt daheim machen kann, wo das in einem normalen Ofen funktioniert. Ja, richtig geil. Also, du hast ja kurz angeschnitten und dann war das halt so, warte, ich erzähle es dir im Kast. Ja, wie immer. Aber das stelle ich mir richtig geil vor. Einmal wirklich eine Pizzatour. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es wird, weil auch da wieder, erstes Mal. Hat Freundin was dazu gesagt, dass das dann eine reine Pizzatour wird, mit viel Arbeit verbunden, oder? Naja, ich habe ihr das ja direkt am Anfang so gesagt, ne. Also, es war halt so, hey, ich habe diesen Plan, ich will das machen und wenn du die Kamerafrau sein möchtest, sehr, sehr gerne, aber dann musst dir bewusst sein, wir sind nur drei Tage da und das wird sehr, sehr viel Arbeit. Also, natürlich kann man dann irgendwie, wenn man dann irgendwann durch ist, ist man halt abends noch in Rimini und kann nochmal schön irgendwie am Strand entlang, Rimini, ich sage immer Rimini wegen dem Pizza, Pizza Rimini, dann sind wir halt in Neapel und dann kann man auch nochmal in Neapel am Strand spazieren gehen, sich die Stadt ein bisschen angucken. Also, ich meine, wenn du acht Stunden schläfst, dann arbeitest du ja nicht 16 Stunden, aber sagen wir mal, das können schon gut und gerne zehn bis zwölf Stundentage werden, die schon anstrengend sein sind, aber dann bleiben halt immer noch ein paar Stunden Freizeit natürlich über, wo du dann halt auch noch in Neapel bist. So, und ich habe ihr das halt am Anfang direkt klipp und klar gesagt, wie das ungefähr wird und so nach dem Motto, so sieht das aus, hast du da Bock drauf oder sagst du dann lieber nicht, weil dann hätte ich mir mal einen anderen gesucht, der mitfliegt. Aber sie hat gesagt, nee, hat sie Bock. Okay, sehr cool. Ja, es ist natürlich top, dass man das verbinden kann und auch noch mit der Freundin machen kann. Hast du schon Shisha-Bars rausgesucht? Gar nicht, gar nicht, nee. Hab noch nicht, tatsächlich noch nicht geguckt, ob es in Neapel was gibt. Muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Ja, bin schon gespannt, ob du da auch noch was hast. Kann man auch noch ein Video drehen? Theoretisch schon, ja. Die beste Shisha-Bar in Neapel. Nee, musst du nochmal gucken. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ja, ich habe mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass das halt einfach drei Tage Grind da wird und dann gibt es zu Hause wieder eine gute Pfeife. Ich meine, realistisch gesehen, wir wissen ja, die Shisha-Szene in Italien ist nicht so groß. Das stimmt, ja. Mal gucken. Vielleicht findest du ja was. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwie, wenn es wenigstens eine schöne Location am Strand ist und dann rauchst du ja noch einen Steini-Doppelapfel oder Traube-Minse, dann ist es okay. Ja, das ist noch der Plan mit Neapel, da bin ich sehr gespannt. Dann hatten wir letztens ein kleines Hausherrentreffen. Also das Hausherrentreffen ist schon wieder, also es hat jemand in der Hausherrentelegram-Gruppe gesagt, hey, ich würde dann in eine Sumera gehen, wer hat Bock? Und dann waren wir doch irgendwie so zehn Leute oder so. Ach krass. Ja, und dann waren wir dann noch schön im Umera-Pfeife rauchen. Und ich war noch bei Hans Zimmer. Ja, das hast du ja im letzten Cast schon angeteasert gehabt, dass du hingehst. Genau, da habe ich Karten geschenkt bekommen von der Freundin. Und ich habe ja, ich habe die Story auch gesehen und habe gedacht, boah, das muss geil sein. Ja, das war auch übel geil. Also gerade wenn man irgendwie so, allein Inception, der Soundtrack zu Inception ist halt wirklich geisteskrank. Interstellar, oder? Interstellar meinte ich, ja. Interception auch? Inception. Inception, ja. Interception. Da habe ich schon beide vermischt. Ja, ich meine beide zusammen. Ich wünsche, dass du es nicht verstanden hast. Ne, zu Interstellar, allein der Soundtrack ist halt wirklich eine fucking Elf von Zehn. Also das ist Perfektion in einem Soundtrack. Dass ich eigentlich auch einen Film nicht mal wieder gucken müsste. Ja, könnte ich mir auch mal wieder angucken. Ist schon lang genug her eigentlich. Heute nach dem Stream, so um 12 Uhr bei mir. So ein Drei-Stunden-Film? Ja, easy. Es war geil. Also es war in der Festhalle Frankfurt und konntest du auch schön direkt in der Festhalle parken und praktisch so die Experience, du gehst dann einfach rein und hoch und gut ist. Und wir hatten so Glück beim Parkplatz. Wir sind reingefahren und die haben wohl gemerkt, oh, wird langsam voll. Und dann haben die noch zusätzliche Parkplätze aufgemacht. Wir waren literally direkt an der Ein- und Ausfahrt. Ach geil. Also wir waren so gefühlt das fünfte Auto im Parkhaus. Wir mussten so drei Meter im Parkhaus laufen, bis wir an der Station waren. Das war überragend. Und das Konzert war auch geisteskrank. Also da mit dem Orchester direkt und dann noch schöne Lichtshow dazu und so. Das war schon wirklich absolut Premium. Wie ist das so aufgezogen? Auch so vom Bühnenbild? Also vom Bühnenbild hast du eine fette Leinwand im Hintergrund, weil Hans Zimmer ist da ja nicht. Also es sind die Stücke von Hans Zimmer, die dort gespielt werden. Aber er selber war gar nicht da. Also vielleicht irgendwie so eine Pre... Achso, okay. Die haben das schon cool gemacht. Also dafür, dass er nicht da war, war das schon ziemlich geil. Weil die haben praktisch Videoschnipsel von ihm auf der Leinwand gezeigt, wo er aber, als ob er da wäre, mit den Leuten aus dem Orchester redet. Oder vor allem mit dem Dirigent. Und dann haben die so eine Art Konversation geführt, aber halt immer mit der Leinwand. Und der Dirigent dann halt live vor Ort. Und das war schon ganz cool gemacht. Ich meine, der Mann wird wahrscheinlich auch gefühlt 100 Stunden die Woche arbeiten. Deswegen ist das schon nachvollziehbar, dass er natürlich nicht bei den 30 Orchesterauftritten da mit dabei sein kann. Aber wäre natürlich trotzdem irgendwie cool, wenn es... Safe. Also wenn du weißt, der Maestro selbst, der das gemacht hat, ist da vor Ort. Ich meine, dafür gehst du ja zu einem Teil auch mit auf ein Konzert. Ich wusste das ja vorher, dass er da nicht da ist. Deswegen kannst du dich darauf einstellen. Aljoscha hatte, also Hookace hatte in seiner Story, dass seine Freundin da war. Und die wusste das wohl nicht, dass er nicht da ist und war dann halt ein bisschen enttäuscht. Ja. So, wenn du natürlich denkst, der ist da und du siehst ihn da, dann ist es ein bisschen schade. Auf der anderen Seite kann man es halt auch nachvollziehen, warum der nicht bei 30, 40 Auftritten mit dabei ist. Also wann soll der Mann denn dann noch Musik schreiben? Das stimmt. Ja, der würde wahrscheinlich genug Projekte haben. Und ich weiß nicht, wie früh die mit sowas fertig sind, aber allein dann wieder der Soundtrack zu Dune. Ja, eine Sache war ärgerlich. Die hatten immer angekündigte Pausen. Also es gab eine angekündigte Pause in der Mitte, wo sie dann auch gesagt haben, ey, in einer Viertelstunde geht's weiter. Und dann, was wir nicht gerafft hatten, die hatten noch eine Minipause am Ende, wo wir aber dachten, das wäre vorbei und wir sind gegangen. Und das war aber auch schon so, da waren schon zwei Stunden rum und da war alles bis auf Fluch der Karibik, von dem, wo ich gesagt habe, das will ich live hören, war schon gewesen. Und dann haben die halt so mäßig aufgehört und wir dachten halt so, komm, dann gehen wir schnell, versuchen direkt bei den Ersten zu sein, die rauskommen und dachten uns noch so, ey, das hat ja so geil funktioniert, wir waren ja so schnell draußen. Jo, danach kam noch Fluch der Karibik. Ach, scheiße. Das heißt, das haben wir da leider verpasst, das war ein bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite, ich habe 95 Prozent von allen Stücken, die ich von ihm hören wollte, habe ich gehört und es war eine sehr stressfreie Experience mit dem Rein- und Rauskommen, ist ja auch was wert. Wie du schon sagst, ich habe nämlich auch nie Bock, dann da anderthalb Stunden in der Schlange aus dem Parkhaus zu stehen. Von daher war es schon okay. Also ein bisschen traurig bin ich, dass ich jetzt Fluch der Karibik nicht noch gehört habe, aber ja. Also ich sage mal, von allem, was ich hören wollte, wäre Fluch der Karibik auch tatsächlich relativ weit unten auf der Liste. Okay, aber immerhin. Aber war trotzdem ein bisschen... Interstellar wäre schlimmer gewesen. Ja, da wäre ich, aber da wäre ich auch sitzen geblieben und habe gesagt, ihr kriegt mich hier nicht raus, bis ihr den Scheiß spielt. Also reißt euch mal am Riemen, was soll das? Interception müsst ihr spielen. Ja, das war auf jeden Fall noch geil. Dann hatten wir noch einen coolen... Ich hatte noch zwei Ausflüge. Ja, zwei Ausflüge noch. Wir waren mit den Mods. Das war der Esan von Aino. Hat er angekündigt, dass... Oder wir sind da so in der Konversation mäßig drauf gekommen, dass es geil wäre, wenn es von Aino noch eine Strongline gäbe. Weil Aino ist ja schon sehr, sehr einsteigerfreundlicher Darkblend, der dann aber für Nikotinsuchtis, die wirklich starken Darkblend haben wollen, manchmal nicht ganz ausreichend ist von der Nikotinmenge, wo man dann sagt, komm, da mische ich nochmal einen Mustage dazu, einen Blackburn dazu, irgendwas mit ein bisschen mehr Bums. Und das finde ich eigentlich schade, weil die Flavor von Aino sind halt überragend. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so hier, wie wäre das denn mit einer Strongline? Und dann haben wir da so ein bisschen drüber nachgedacht und ein bisschen drüber geredet. Und dann war der Esan irgendwann so, ja, das machen wir. Und dann hatten auch die Mods mit im Chat geschrieben. Und dann hat er irgendwann gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr alle rumkommt? Da habe ich so, das wäre übel geil. So, dann haben wir das geplant. Und dann hatten wir mit fast allen Mods, also einen Termin zu finden, wo dann irgendwie zehn Leute können, wird natürlich nichts. Anna war nicht dabei, Wenki war nicht, es war nicht jeder dabei. Aber die meisten waren dabei. Und dann sind wir, glaube ich, mit sieben Leuten nach Osnabrück gefahren. Und waren dann da bei Aino und haben in der, die haben ja so eine Tasting Area in der Fabrik, also einfach so einen Raum, wo halt ein paar Tische, Stühle, Sofas, Pfeifen und so weiter rumsteht. Und dann haben wir uns da fleißig durchprobiert. Und dann haben wir eine schöne Excel-Liste angelegt und zu jedem Flavor da was reingeschrieben. Jeder hatte Feedback dazu. Und dann haben wir uns das durchprobiert. Und dann ist aber relativ schnell rausgekommen bei dem Aino Strong. Der ist nicht strong genug. Ah, der ist nicht strong. Okay. Oder der Isan hatte dann... Wie würdest du die Strong-Prototypen auf einer Skala, also hast du einen Vergleich dafür? Also es hat angefangen mit C, also er hat buchstabenmäßig nach oben gezählt. Also ich glaube, es gab C, D, E, F und wir haben relativ, oder ja doch, C, D, E und F. Und wir haben relativ, wir haben mit E angefangen und da habe ich schon gesagt, das ist immer noch nicht stark genug. Okay. Und dann war natürlich D, E direkt raus. Nee, C, D war direkt raus und E war auch nicht stark genug. Dann hatten wir noch die Hoffnung auf F und das war aber auch nicht stark genug. Jetzt hat er nochmal drei stärkere Varianten gemacht. Die habe ich noch nicht probiert, aber Dölit und Schmid, die waren schon da. Ja. Und da haben die auch gesagt, direkt die stärkste. Aber die soll es jetzt wohl sein. Aber die habe ich noch nicht probiert. Die muss ich noch probieren. Dann wollte Esan unbedingt kommen, damit er schnell Feedback von mir hat. Da war ich krank. Dann war ich wieder einsatzbereit. Nicht topfit, aber einsatzbereit. Dann war Esan krank. Ja. Und das heißt, seit dem Modrip habe ich die drei stärkeren Lines jetzt immer noch nicht probiert. Aber ich bin sehr gespannt. Aber ich meine, wenn Dölit und Schmid beide sagen, dass die stärkste von den drei Neuen, dass die dann gepasst hat, dann kann man denen ja vertrauen. Da sollte es ja passen, ja. Ja, da sollte es passen. Aber ich würde es natürlich trotzdem selbst gerne noch probieren und wissen, was dann da Phase ist. Aber da bin ich noch sehr gespannt. Und dann haben wir noch, als damals klar war, dass es erstmal keinen Kiwi-Smoothie mehr gibt, habe ich gesagt, Esan, kannst du mir nicht über Eino einen geilen Kiwi-Apfeltabak machen? Und dann hatten wir zum Beispiel noch die große Kiwi-Runde, wo er acht verschiedene Prototypen an verschiedenen Kiwi- und Apfelsorten hatte. Also so schon an Kiwi-Smoothie angelehnt. Ja, Esan war dann so ein bisschen so, ja, aber ich will ja keine Sorte nachmachen und so. Und ich habe halt gesagt, Esan, wenn du mir, wenn es keinen Kiwi-Smoothie mehr gibt, ich liebe Kiwi-Smoothie, ich würde gerne diese Sorte weiter rauchen oder irgendwas Vergleichbares, Gutes. Es muss ja nicht eine 1 zu 1 Kopie sein. Nein, das will ja keiner. Aber einen guten Kiwi- und Apfeltabak, es wäre schade, wenn es das nicht geben würde. Und dann habe ich ihn ja auch wirklich überredet bekommen. Und dann hatte er acht Prototypen. Aber bei keinem von den acht Prototypen haben wir gesagt, das ist es. Er hat einmal sogar, einmal hat er versucht, uns zu verarschen. Da hatten wir, wir machen diese XXL-Runde. Ja. Und der Esan hat sich still und heimlich einen Kiwi-Smoothie angemacht. Und ich rauche das so. Und ich bin nicht direkt drauf gekommen. Und der Esan, man hat so gemerkt, so nach dem Motto, also im Nachhinein habe ich dann so gemerkt, er hat sich dafür gefeiert, dass ich nicht, oder er hat es gefeiert, dass ich nicht direkt den Kiwi-Smoothie rausgeschmeckt habe. Ich sage dir aber, warum ich ihn nicht direkt rausgeschmeckt habe. Weil der Esan auf deutlich mehr Abstand und weniger Hitze baut als ich. Und das verändert den Flavor natürlich schon sehr. Also wenn ich mir einen Kiwi-Smoothie baue, schmeckt der auch komplett anders als bei dir. Oder was heißt komplett anders, aber man merkt einen krassen Unterschied und es ist verblüffend, wie unterschiedlich das ist, obwohl es derselbe Tabak ist. Und deswegen habe ich auch bei ihm das nicht direkt rausgeschmeckt. Bin dann aber skeptisch geworden und habe dann überlegt und war dann schon so, ich glaube, das ist Kiwi-Smoothie, ich glaube, der will mich hops nehmen. Und da war noch ein anderer dabei, ein Mitarbeiter von Eino. Gucke ich den so an und er so, ohne dass die anderen das merken, weil wir waren ja wie gesagt zu Sipp da zum Test. Und ich mache so auf den Kopf, liegt er so hin und so, ne? Und er so. Und ich so, dann war ich mir, vorher war ich mir dann irgendwann zu so 95% sicher und dann waren es die 100%. Und dann hat der Gary massiv reingeschissen. Oder was heißt massiv reingeschissen? Aber er ist in ein Fettnäpfchen gehüpft. Oh Gott. Wir probieren also diese acht verschiedenen Kiwi-Apfel-Prototypen. Ja. Und dann, der Gary kannte Kiwi-Smoothie nicht. Der raucht ja nicht so viel Darkblend. Ah, okay. Und dann raucht er den Must-Have-Kiwi-Smoothie und auf einmal ist er, bei allen anderen war der Gary so, ja, ist gut, aber ich glaube, da fehlt noch was. Dann probiert er den Must-Have-Kiwi-Smoothie und er so, boah, boah, der ist es, der ist es. Hör mal, der ist ja insane geil. Und ich denke mir so, Gary, ist gut, dass es dir schmeckt, aber hör jetzt auf, hier komplett auszurasten. Dann hört er auf, die Pfeife zu rauchen und irgendwann war er so, ich will die auch nochmal rauchen. Und wieder, oh, Isan, hör mal, that is it, da is er doch, that is er. Und ich dachte mir so, Gary, halt doch jetzt bitte deinen Maul. Also ich meine, es ist ja natürlich nicht schlimm dran, dass er sagt, dass der geil ist. Ja, klar. Weil dann weiß der Isan ja auch, was er an Emotionen rauskitzeln muss aus den Leuten. Aber er hat das die ganze Zeit so überschwinglich da so, boah, heilige Muttergottesdinger, der ist ja 18 mal besser als alles andere, was wir hier hatten. Ist gut, du musst jetzt nicht noch mehr Salz in die Wunde streuen, Gary. Bitte, halt doch jetzt. Und jedes Mal, wenn der Gary da wieder die Lobeshymnen vor Gott über diesen Tabak verloren hat, der Isan ein bisschen weiter in seinen Stuhl gerutscht, ich weiter in meinen Stuhl gerutscht. Und irgendwann habe ich gesagt, Gary, that is, by the way, that must have Kibbi's Museum. Und er hat so, oh, das, oh, wir fanden es, also im Nachhinein, das war alles köstlich amüsant, das hat niemand irgendwie beim Übel genommen, aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Situation. Oh, Junge, ist gut, ist gut. Ja, aber das heißt natürlich auch, und das ist vielleicht auch mal cool für die Leute das zu hören, so lange kann das halt eben dauern, so einen Flavor zu kreieren. Also allein in der Phase hatten wir acht verschiedene Kompositionen von diesem Flavor und der ist immer noch nicht da, wo er sein muss. Und das war ja damals, der Isan hatte ja schon den Kiwi und wollte den schon rausbringen und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, also der ist solide, aber der ist jetzt nicht so krass geil. Und dann ist der Isan ja so, ja, dann kommt der noch nicht. Dann ist der noch nicht fertig. Wenn ihr sagt, also natürlich nicht nur abhängig von mir, aber der Isan legt schon sehr, sehr viel Wert drauf, was Schmidi dödet und ich sagen. Ich meine, der weiß natürlich auch, wie das funktioniert, wenn er einen Flavor macht, der extrem geil schmeckt und uns halt während der Produktion oder während der Prototypenphase uns schon fragt und wenn wir halt sagen, ja, den finde ich gut, aber nicht krass und er macht den so lange neu, bis wir sagen, der ist krass. Wenn wir dann einfach von uns aus einen Review darüber machen, naja, wenn wir vorher so lange neue Prototypen bekommen haben, bis wir sagen, der ist krass, dann sagen wir natürlich auch im Review, der ist krass, wenn der uns halt eben krass schmeckt. Und ich meine, ihr raucht ja auch wirklich genug Sorten, dass ihr eine aussagekräftige Meinung dazu habt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Deswegen ist es schon wirklich schlau, aber auch gut für die gesamte Shisha-Szene, wie es gemacht wird. Safe. Weil da kannst du dich eigentlich drauf verlassen, dass wirklich gescheite Sorten und wirklich Flavor dabei rauskommen. Das Risiko besteht natürlich immer noch, nur weil Schmidi sagt, der schmeckt ihm und weil Dölitz sagt, der schmeckt ihm und weil ich sage, der schmeckt ihm, muss der ja nicht jedem schmecken. Das wird natürlich nicht funktionieren. Nein. Aber wenn der schon mal uns dreien schmeckt, dann stehen die Chancen auf jeden Fall schon mal einen Ticken besser. Ja. Und wenn dann noch alle Motz dabei sind und sagen, jo, der ist auch geil, ah ja, dann hast du da drei Meinungen von Bloggern und halt noch sechs Meinungen von anderen Leuten, die auch viel Pfeife rauchen. Und das war zum Beispiel auch extrem geil. Das wird ja immer so ein bisschen, ich sag mal, belächelt. Wenn wir jetzt der dritte Zweifacher in Dubai, wenn ich dann gesagt habe, ja, das war harte Arbeit. So, wir wurden da, wir sind morgens in die Fabrik gefahren, wir sind da in den Raum, dann wurde alle halbe Stunde da drei neue Köpfe hingestellt. Du hast zu dritt Fragebögen ausgefüllt, jeder für sich. Und dann hast du alle Flavor durchprobiert. Das heißt, du hattest zehn Minuten, um einen Fragebogen zu einem Flavor auszufüllen. Und so ging das von morgens bis abends. Wir saßen da neun Stunden in der Fabrik. Und wenn du dann erzählst, das war schon harte Arbeit, dann sagst du also, oh, musstest du nach Dubai fliegen und ein bisschen Chichi rauchen? Och du Ababub, da hab ich ja bald Mitleid mit dir. Und stimmt natürlich, also es ist schon eine sehr privilegierte Situation, nach Dubai geflogen zu werden, um da bei Flavorentwicklung mitzuhelfen. Aber das ist auch harte Arbeit. Es ist halt nicht nur chillen und pfeifrauchen. Richtig, richtig. Und das denken halt viele Leute. Und es war wundervoll. Muss ich sagen, ein bisschen Schadenfreude. Bisschen Schadenfreude. Es war für mich eine, also ich gebe das jetzt nicht gerne zu, aber das ist schon irgendwie negativ. Aber es war schon ein wenig Genugtuung dabei, als ich dann gesehen habe, meine Mods nach dem vierten, fünften Kopf, den du rauchen, testen und bewerten musst, dass die Ersten gesagt haben, Digga, ich schmecke hier gar nichts mehr. Wie soll das denn gehen? Und wir hatten wirklich, also wir hatten gut Pensum, aber kein krankes Pensum bei Eino. Und es war schon noch sehr entspannt mit, wir essen zwischendrin was und wir spielen mal zwischendrin eine Runde Fortnite und wir gehen mal vor die Tür und schnappen mal frische Luft und so. Also es war schon, für so einen Flavor-Entwicklungstasting war das noch relativ entspannt. Und trotzdem haben die Hälfte der Leute, hatten zwischendrin krasse Struggle. Also Basti hat irgendwann gesagt, ich schmecke hier gar nichts mehr. Also du kannst mir jetzt da hinstellen, was du willst, ich kann dir da nichts zu sagen. Irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf Rauchen. Der Nick ist zwischendrin eingepennt, weil er nicht mehr konnte. Und auch von den restlichen Jungs haben alle gesagt, Alter, das ist ungefähr zehnmal so anstrengend, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und dann saß ich so da, auf meinem hohen Ross und dachte mir natürlich so, jetzt wisst ihr, wie es ist. Also es war einfach schön zu sehen, dass die Jungs dann mal aus erster Hand erfahren konnten, dass das eben nicht nur Halligalli und ich rauche 13 coole Flavor. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, in so einer Prototypen-Entwicklung hast du ja auch einfach mal Tabak-Sorten dabei, die wirklich wie Ass sind. Ja, die einfach nicht schmecken, ja klar. Oder dass die einfach kaputt sind, in Anführungszeichen. Ich habe mir zum Beispiel von Esan noch gewünscht, wenn diese Strongline kommt, gib mir bitte einen Doppelapfel auf Strong Dark Blend. Das ist was, was ich unglaublich gerne noch hätte, weil ich habe ja dann so eine, kommen wir gleich noch zu, eine Doppelapfelfase geschoben die letzte Zeit, die jetzt wieder so ein bisschen abflacht. Und das ist Kacke für Dark Blend. Also wenn ein Dark Blend Raucher in der Doppelapfelphase abrutscht, du hast ja keine Chance. Nee, es geht nicht. Es gibt ja keinen. Es gibt nur von... Ja, es gibt den Dark Side Doppelgänger, das ist aber kein Doppelapfel, das ist ein Anis-Tabak. Das hat nichts mit Doppelapfel zu tun, meiner Meinung nach. Wenn jemand Anis mag, mag der gut sein, aber wenn du einen klassischen Shisha-Doppelapfel haben willst, das ist der nicht. Also es gibt keinen Doppelapfel auf Dark Blend, den ich kenne, der gut ist. Und da hat der Esan einen gemacht und geschmacklich war der schon vorzüglich. Er hat gedrückt, du konntest sie nicht rauchen. Der hat die Lunge zerrissen, weil er überaromatisiert war. Ich habe ja auch mal... Und sowas passiert eben auch. Ja klar, also ich war ja auch beim... Als ich das erste oder zweite Mal beim Max von Hooker Squeeze war, haben wir auch verschiedene Aromen erstmal getestet, weil der Prozess von Hooker Squeeze anmischen ist ja auch ein bisschen komplexer. Deswegen haben wir Aromen erstmal vorgetestet, um die danach in Paste umzuwandeln. Und das haben wir so gemacht, dass wir das halt mit Tabak angemischt haben. So hat das alles vorbereitet. Und da waren halt auch wirklich Doppelapfelaromen dabei, verschiedene. Irgendwie drei, vier Stück. Und zwei davon, die konntest du einfach nicht rauchen. Ich habe das natürlich in meinem Standard-Setup geraucht. Also schön Funnel und ein bisschen Kontakt und dann let's go. Ich saß da teilweise da und habe gesagt, Max, kannst du das vergessen? Also ich werde das nicht weiter rauchen. Wir können eigentlich direkt den nächsten Kopf machen. Das ging halt auch. Irgendwie, ich bin um 13 Uhr bei Max angekommen. Das ging dann halt irgendwann bis nachts um 12. Wo er dann nochmal kurz zum Magazine ist. Dann bin ich da auf der Bank angeschlafen. Und ich glaube, viele haben einfach die Vorstellung, du kommst da hin, du rauchst ganz entspannt einfach einen Kopf und du kriegst immer perfekte Flavor vorgesetzt und du musst nur noch so ein, yo, der ist es und fertig. Aber du kriegst halt auch manchmal Flavor in diesen Testsituationen. Also das würdest du dir niemals so reinballern. Aber das ist halt ein wichtiger Step auf der Reise zu einem fertigen Flavor. Ja, aber es gibt ja auch immer wieder diese Leute, die sagen, Alter, mach ich mir meinen Tabak selbst. Ja, mach mal, mach mal, probier mal, wirklich. Ich habe es mal probiert. Ich habe mir Rottabak geholt, ich habe mir Aroma geholt, Glycerin geholt, ich habe mir Invert-Zucker geholt, verschiedene Anmischmethoden haben wir probiert, verschiedene Reife oder verschiedene Einlegezeiten haben wir probiert und über den Zeitraum haben wir mehrfach geraucht. Und dann dachte ich so, ich hätte gerne einen Mangotabak, also nehme ich da einen Mango-Aroma. Genau. Ja, das hat wie Arsch geschmeckt. Also ein Mango-Flavor ist ja niemals nur Mango. Du hast dann die Mango für die Mangonote und dann kommt da vielleicht noch irgendeine süße andere Frucht rein und dann kommt von der Frucht noch ein Hauch rein für die Spritzigkeit und dann nimmst du noch einen Hauch da. Also so ein Mango-Flavor kann halt aus zehn verschiedenen Aromen bestehen. Und wir haben halt einfach so, wir wollen Mango-Tabak, also nehme ich da Mango-Aroma. Super, gell, fertig. Ja, das ist ja genau das. Wirklich, wenn ihr denkt, Tabak machen ist einfach, probiert. Probier, Digga. Wirklich. Ich bitte dich darum, Digga. Probier es aus und du wirst merken, das ist nicht so einfach, einen gescheiten Tabak zu machen. Und das in der kleinen Stückzahl. Und jetzt mach das mal auf Tonnen. Und das ist ja nun mal auch vom Vorgang abgesehen, wie du es machst. So, wenn du es mal einfach mal betrachtest, so als TBD2 kam und alle gesagt haben, ja okay, dann fehlt halt ein bisschen die Kühle im Tabak, dann ist es halt so. Du merkst ja, wie unterschiedlich der Tabak mittlerweile schmeckt, weil da noch so viele andere Stoffe, wie zum Beispiel auch dieses Citrullin war es, glaube ich. Nicht Citrullin, sondern, war es Citrullin? Ja. Wie so ein Stoff. Citrullin und Lina Nool. Das meinte ich, Lina Nool. Und wie solche Stoffe dann in einem Tabak fehlen, wo du es auch gar nicht denkst, dass er da einen Unterschied macht, aber trotzdem diese Geschmacksmatrix so stark verändert, dass es geisteskrank ist. Um das für euch nachvollziehbar auszudrücken, raucht mal jetzt, ohne das Böse zu meinen, aber holt euch mal so einen Lemon Punch von Holzer, holt euch mal einen Gliedruss von Fog Your Law und vergleicht das dann mal mit einem Fog Your Life Zitronenminze, weil da hattest du die Molasse extra und die war nicht von TPD betroffen. Das heißt, da konntest du noch Citrullin, Lina Nool und Co. mit reinpacken. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das kommt dann halt auch, als wir dann den Fog Your Law getestet haben, als wir den Holzer getestet haben, ist das schwer rüberzubringen. Aber meine Aussage war basically, dafür, dass die halt von TPD betroffen sind, sind die gut. Für das, was man aber alles kennt, sind die halt vergleichsweise extrem schwach. Das heißt, die haben da noch was echt Gutes rausgeholt, aber du kannst halt auch, Entschuldigung, Kohlensäure gekickt. Du kannst da halt gar nicht so viel rausholen. Du wirst nicht mehr auf das Level kommen. Ja, du kannst nicht auf dieses Level kommen mit fälligem Tabak. Das ist halt auch schwer für so eine Bewertung. Genau. So, was wäre denn da nicht so gut? Achso, ich? Dafür wolltest du was sagen? Hab ich Jobs genommen. Die Doppelapfelphase wollte ich noch kurz erzählen. Hassi hat seinen Geburtstag gefeiert im Umera. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Und da war der Flo dabei. Kaputt, was? Zwei Wochen. Ja, zwei Wochen. Da war der Flo dabei. Und dann so, na typisch, bestellt sich einen neuen Kopf. Neuer Kopf kommt und dann so, was rauchst du denn? Und dann sagt er, Doppelapfel, Rose, Kaschmir, Peach. Und ich bin so, du gottloser Digga, was ist das denn für eine ekelhafte Scheiße? Das schmeckt geil. Ich probiere. Das schmeckt geil. Ich bestell's. Drei probieren bei mir. Drei bestellen's. Dennis und ich, seitdem, gottlose Doppelapfelphase geschoben. Ich glaube, Dennis sogar noch kranker als bei mir. Aber bei mir waren gefühlt von vier Köpfen drei Doppelapfel. Du hast extrem viel Doppelapfel geraucht. Aber ich hab, das ist ja auch immer wieder, was ich sage. Und dann fragen die Leute immer so, ja, wann wieder Doppelapfelphase? Hast du schon ewig nicht mehr geraucht? Ich so, irgendwann passiert's. Dann kommt wieder so eine Situation und dann geht's wieder richtig los. Und dann gibt's bei mir gefühlt zwei, drei Monate nur Doppelapfel und dann flacht das langsam wieder ab und ich rauch wieder andere Sachen. Und dann, keiner weiß, vielleicht in zwei Monaten wieder, vielleicht in zwei Jahren wieder. Aber sie wird kommen. Ich glaube, ich baue mir heute Abend einen Doppelapfel. Sehe ich mich. Jetzt hast du Bock, ja. Ja, und da ging's auch noch rein. Genau. Dann sind wir schon bei den Shisha-News. Ja, gehen wir mal zum Shisha-News über. Also wir haben ja immer mal zwischendrin schon so ein bisschen, aber jetzt richtig die News. Also man muss natürlich sagen, ne, es ist ja schon ein bisschen langsamer geworden. Ja, auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Der Alex ist ins Büro reingekommen und wir haben uns die Pfeifen ausgesucht, die wir im Cast jetzt rauchen wollen. Aber so, gab's denn eine neue? Hab ich was verpasst? Und ich war so, nee. Eigentlich nicht. Also gerade bei Shishas, ich meine, ich kann's dir auch nachvollziehen. Die Leute haben teilweise noch von der ganzen Corona-Phase die Lager voll bis unters Dach mit irgendwelchen Pfeifen. Und wenn du jetzt eine neue bringst, dann kauft natürlich keiner mehr die alten. Ja, klar. Und dadurch, dass aber vergleichsweise mit Corona halt gefühlt, weiß nicht, ein Zettel oder ein Zwanzigstel von den Pfeifen verkauft wird, dauert das natürlich seine Zeit. Ja. Also es ist auch nicht so smart, wenn dein Lager noch voll ist, jetzt eine neue Pfeife rauszubringen. Deswegen kann man es irgendwie nachvollziehen. Aber ich weiß tatsächlich von ein paar Pfeifen bei mehreren Marken, die in Entwicklung sind. Ein paar weiß ich auch, ja. Ja, also es kommt auf jeden Fall wieder was. Es ist nur ein bisschen langsamer geworden. Wo wollte ich denn drauf hinaus? Ich weiß nicht, wo du hin wolltest. Achso, ich glaube, ich wollte nur etablieren, dass unser Shisha-Cast-Verhältnis dadurch, dass natürlich ein bisschen weniger gerade an Shishas rauskommt. Ich meine, wir haben gleich noch Tabak, wir haben Zubehör. Aber bei tatsächlichen Pfeifen haben wir seit Januar kein Grasbrüll. Also ich glaube, hast du Balisha-Gate mitbekommen? Nee, ich habe nur mitbekommen, dass es die gibt. Ja. Und ich glaube, die sind auch noch in meinen DMs drin, wo ich eventuell nicht mehr zurückgeschrieben habe, weil ich es vergessen habe. Boah, jetzt kommen die Insider-Infos-Deluxe. Aber die sahen eigentlich ganz interessant aus. Erinnerst du dich an die Anna, die mir mal on-stream die Haare geschnitten hatte? Und ja, da hatte ich noch Haare. Ja. Von ihr, der Ex-Freund, ist der, der Balisha macht. Ah, okay. Und dann hat mir die Anna geschrieben, hier mein Ex-Freund, also die sind wohl noch gut miteinander, alles cool, mein Ex-Freund will jetzt auch eine Shisha machen, könnte dir die mal schreiben, der würde gerne ein Video zu seiner Pfeife haben. Da habe ich gesagt, ja, der soll, ich wollte dann nicht, dass der meine Handynummer hat und so, habe ich halt gesagt, das soll ich mir doch einfach auf Instagram schreiben, das ist doch kein Problem, kann man ja auch wunderbar drüber schreiben. Ja, klar. Dann hat er mir so geschrieben, ich dachte mir so, okay, ja, geil, also er hat mir so erzählt, ne, die haben da Wurzelholz aus Bali und machen da eine Bowl drauf, das klingt killer. Ja. Ne, so ein bisschen Kayambali-Style. Genau, das sah sehr cool aus. Ich hatte dann auch erst mal... Kayambali, auch wunderschöne Pfeifen, einziges Problem, die kosten einmal mindestens ein Taui. Ja, und die, das sind so Pfeifen, ich finde, die rauchst du nicht, die stehen... Ich habe noch nie eine geraucht. Ich glaube, ich habe eins, einmal habe ich an einer gezogen, aber ich weiß auch nicht mehr, wo das war, aber das sind auch so einfach so Pfeifen, die, die stellst du dir ins Wohnzimmer und die stehen dann da. Ja, ja, das ist wirklich was für eine Sammlung. Ja. Ja. Aber ich finde die wunderschön und ich hätte eigentlich sehr gerne eine, aber ja, ich habe es halt nicht eingesehen für die tausend Euro oder ich glaube, die kosten sogar mehr. Die kosten... Ja. Und was ich dann auch ein bisschen schwierig fand, je nachdem, welches Modell du dir bei dem kaufst, kann halt auch der Schlauch aus so Schlangenleder und sowas sein, muss das wirklich sein? Also, du kannst ja Schlangenleder-Optik machen, aber... Muss ja nicht... Ja, habe jetzt auch keinen Bock, da durch eine Schlange zu rauchen. Ja, ist ja so. Also, und er hat ja nicht nur Schlangenleder, sondern dann auch verschiedene Sachen und ich bin ja jetzt nicht so, wie soll man das sagen, ohne dass das wieder fies klingt. Also, ich habe ein leicht ausgeprägtes Öko-Gedächtnis, Moral. Ja. So, also, wenn es nicht sein muss, dann ist das ja gut. Oder auch, dass sich jetzt alle beschweren, dass die Strohhalme aus Papier sind und dann kommen diese typischen Argumente, Alter, der Rest von dem Bämpel da, der ist doch immer noch aus Plastik, warum müssen die jetzt den scheiß Strohhalm da aus Papier machen? Digga, wenn Burger King auch nur eine Kleinigkeit in Papier umändert statt Plastik, dann sparen die aufs Jahr gerechnet und auf Deutschland gerechnet Shit-Tons auf Plastik, also ist das geiler Scheiß, dass sie das machen. Sind Plastiksträume besser? Ja, müssen wir dafür die Natur ficken? Nein. Aber ich habe da nur ein seicht ausgeprägtes moralisches Verständnis für. Hast du gewonnen, dass es beim McDonalds gar kein Strohhalme mehr gibt? Ja. Ja, finde ich auch ganz gut. Also, am Anfang habe ich auch ein bisschen geflucht über diese Papierdeckel. Man gewöhnt sich dran, Leute. Ich mache es jetzt mittlerweile einfach ab. Ja, trinkst du direkt aus dem Becher? Ja, also lieber als aus dem... Also, ich habe mich an diese kleine Klappkappe da echt ganz gut gewöhnt. Nee, ich mache die mal direkt ab. Also, ich komme ganz gut mit, klar. Aber ganz gut mit Pocom, aber ich hätte es das erste Mal gesehen. Ja. Und Pocom gehabt. Also, ich finde die ganz solide. Man gewöhnt sich dran. Alles gut. Ja, auf jeden Fall die Balischa. Und dann haben die mir halt geschrieben und dann hat er mir irgendwann das erste Bild geschickt und ich gucke das so an. Ich habe mir so, Digga, das ist eine Versa. Und er so, ja, aber die Fabrik hat gesagt, das ist cool und alles gut. Echt? Das ist eine Versa. Das ist eins zu eins eine Versa. Ach krass. Die haben einfach eine Versa genommen, haben diese Bowl gemacht mit dem Holz und haben da eine Versa draufgepackt. Haben die das bei sich auf Instagram drauf? Also, ich finde es bestimmt nicht. Ich habe mir jetzt das Insta-Profil nicht angeguckt, aber also, allein im Shop siehst du ja die Bilder. Aber das ist eins zu eins eine Versa. So. Und dann war ich halt so, hier sei mir nicht böse, aber das wird garantiert nicht gut in der Shisha-Szene ankommen. Warum machst du da einfach die Versa eins zu eins nach? Also dann scheiß doch auf die Pfeife und bring einfach die Bowl mit dem Wurzelholz und es wäre übel cool. Also da würden ja garantiert sehr viele Leute gerne 150, 200 Euro für ausgeben. Ich meine, es kaufen sich genug Leute Cäsar-Bowls. Dann kaufen doch sicherlich auch für 200 Euro Leute einfach die Bowl mit dem Holz. Aber mach doch da nicht eine Versa drauf. Und das habe ich ihm dann halt so als mein Feedback geschrieben. Ja, ich sag dir doch, das ist eine Versa, glaub mir doch. Ja, ich wollte es mir trotzdem nochmal ansprechen. Und dann war für mich aber an dem Punkt klar, da möchte ich kein Video zu machen. Egal wie viel Geld die auch bezahlt hätten und weiß ich nicht was. Zu dem Punkt sind wir ja gar nicht gekommen, weil ich direkt vorher gesagt habe, ich halte das für keine gute Idee, das zu machen. Ich finde das nicht korrekt. Ich möchte dazu kein Video machen. Und damit war die Balisha für mich durch. Und es war sehr interessant, bei wem man sie dann doch gesehen hat. Sagen wir es mal so. Achso, okay. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Fand ich auf jeden Fall etwas amüsant. Weil da auch ein paar Leute dabei waren, die dann vorher immer so die großen Blogger mit Geld und so. Und dann denke ich mir so, ich habe es instant abgelehnt, bevor man überhaupt auf dieses Geldthema gekommen ist. Und dann sieht man doch hier und da auf einmal die Balisha auftauchen. Und dann ist die Morale auf einmal doch ein bisschen. Aber wäre doch eigentlich ein cooles Geburtstagsschränk für Mo, oder? Ich habe tatsächlich, ich war ein paar Tage, nachdem dann die Balisha Reviews und Posts online gekommen sind, war ich mit Mo im Omera und habe ihn auch mal gefragt, sag mal, was haltet ihr denn davon? Der wusste das gar nicht. Ja, kann ich mir vorstellen, dass die das nicht wussten. Die wussten das gar nicht. Also ich bin mal gespannt. Ich wollte dann auch nicht so die Pätze sein mäßig, aber ich wollte halt seine Meinung hören, weil ich davon ausgegangen bin, dass er das mitbekommen hat. Ja, aber haben die tatsächlich nicht mitbekommen, bevor ich sitze. Also dann war ich doch irgendwie die Pätze. Ja, aber ganz ehrlich, das ist... Ja, ich habe halt gedacht, der weiß das. Ja, wäre ich jetzt eigentlich auch von ausgegangen, dass er das... Hätte ja auch sein können, dass er sagt, jo, die haben uns geschrieben und wir haben i is cool. Ja. Aber das war nicht so. Krass. Also ich bin mal gespannt. Also theoretisch kann das nicht sein. Weil die Idee mit dem Holz ist ja super cool. Genau, die Bowl ist auch übel geil. Ich hatte ja dann nur wegen der Versa ein moralisches Problem damit, dass ich halt gesagt habe, ich bin da raus. Aber so eine coole Bowl auf dem geilen Wurzelholz, deswegen habe ich ja auch direkt gesagt, ey, dann bring doch nur die Bowl. Ja. Und dann war aber so, ja, aber das ist schon bestellt. Ich so, ja, okay, aber dann bin ich an der Stelle halt raus. Ja. Also nur die Bowl mit dem Holz. Ich hätte liebend gerne dazu ein Placement gemacht. Ich hätte liebend gerne eine gehabt, weil das sieht echt verdammt cool aus. Ja. Und ich meine... Und die ist, by the way, ausverkauft, ne? Echt? Also ich glaube, die hatten auch nicht so viele. Ich glaube, irgendwie 50 habe ich mal irgendwo gehört. Ja, das ist ja nicht. Nagelt mich nicht drauf fest. Das ist nur, was ich mal so irgendwie gehört habe oder aufgeschnappt habe. Aber trotzdem, die sind ausverkauft. Ach, crazy. Ja. Aber ich glaube, 250 Euro hat die regulär gekostet. So, und wir wissen ja, die Versa kostet ein Hunni mit Bowl bei Aeon. Ja. 80 Euro Stemset, ne? Ja, müsste. Ja. So, und wenn du dann die 80 Euro von den 250 abziehst. Aber wie gesagt, auch wenn der die Bowl für 150 oder 200 verkauft hätte, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass einige da reingegangen waren. Auch wenn es an sich, also die Bowl hat jetzt nicht irgendwie noch Cuts oder so, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Wurzel und über diese Wurzel wurde sozusagen das Holz laufen gelassen, das Glas laufen gelassen, sodass du dann am Ende die Bowl da raus hast. Und das ist schon wirklich verdammt cool. Das ist ein cooler Look. Ja. Aber warum zum Teufel packt ihr dann da einfach eine Versa-Kopie drauf? Vor allem, wenn man halt eine Versa drauf braucht, es ist ja kein Hexenwerk, eine Stickpfeife selbst zu zeichnen und zu designen. Das ist ja das Größte. Hättest du jetzt irgendwie... Hätten die den Kopfadapter, den Teller und die Rauchsäule eins zu eins zu übernommen und nur die Base ein bisschen verändert, dann wäre es ja schon wieder was komplett anderes gewesen. Wäre es einfach eine schlichte Stickpfeife gewesen, na klar. Ja, also auf der einen Seite finde ich das Projekt übertrieben cool, weil das mit der Bowl und dem Holz ist eine supergeile Idee, was viele Leute halt auch schon von Kayambali kennen und gerne hätten, ohne 1000 Euro dafür zu bezahlen. Aber warum ist dann da eine Versa drauf, Bro? Ich hoffe, dass einfach noch die Bowl solo rauskommt. Ja, oder halt wirklich ein eigendesigntes Stickpfeife. Es wäre gar kein Problem bei der Sache. Ja, ich meine, ich kann es ja auch verstehen, dass sie halt eine Shisha rausbringen wollten, aber unterm Strich die Leistung, die sie jetzt erbracht haben, ist ja auch eigentlich nur die Bowl. So, dann verkauf doch einfach die Bowl. Verkauf einfach die Bowl einzeln, das würde übel gut ankommen. Das wäre was sehr cooles. Könntest du ein bisschen Geld mitverdienen. Klar. Wäre doch tip top. Aber so... Schwierig. Also für mich war es zu schwierig. Also was heißt zu schwierig, aber als ich das mit der Versa gesehen habe, war ich so... Warum, Digga? Muss nicht sein. Nee, muss nicht sein. Bin ich raus. Werde ich auf jeden Fall keinen Content zu machen. Ja. Schauen wir mal, was dann noch draus wird. Vielleicht machen sie es ja auch demnächst so, dass dann einfach nochmal die Bowl kommt und die Bayer Ion... Ich weiß auch nicht, wie die zueinander stehen, ne? Ob die jetzt mittlerweile irgendwie geredet haben oder... Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, es war einfach nur über den Hersteller dann. Und der Hersteller hat es halt dann nicht eingehalten, was wahrscheinlich ausgemacht war. Ja. Und dann ist es halt so... Also so oder so, es müsste ja eigentlich so sein, wenn Viro schon die ganze Zeit Diversa verkauft, ohne dass die was Patent, Gebrauchsmuster oder sonst was dafür angelegt haben müssten, waren sie ja die, die das rausbringen. Also selbst wenn du dann vor Gericht gehen würdest, müsstest du ja sogar ohne Gebrauchsmuster oder Patent dagegen vorgehen können. Eigentlich... Weil du ja nachweislich der Erschaffer von diesem Design und dieser Pfeife bist. Also ich hoffe auch, muss ich auch dazu sagen, ich hoffe auch, dass das jetzt nicht so ein Gerichtsding wird, sondern dass die einfach miteinander reden. Dann ist das cool. Dann macht Balisha nur noch die Bowl auf dem coolen Holz. Und Viro macht halt weiter die Versa. Und dann hat sich hoffentlich die Sache. Und wir sind froh, weil es gibt die Versa. Es gibt eine coole Steckbowl. Und wer das beides kombinieren kann, der kauft bei Viro die Pfeife und bei Balisha die Bowl. Und dann ist alles gut. Und dann haben wir ein cooles neues Produkt auf dem Shisha-Markt. Und alle sind happy. Yes. Und das wäre ein wünschenswertes Szenario. Best Case. Aber wo wir direkt bei Viro bleiben. Und zwar gibt es nämlich ein neues Produkt von Viro und zwar den Viro HMD. War auch nicht smart, dass wir beide jetzt den Onbo rauchen. Also einer hätte sich jetzt auch wirklich den Viro HMD nehmen können. Aber wir haben ihn ja beide schon mehrfach geraucht. Genau. Ich frage, warum denn ein weiterer HMD, Alex? Was ist denn da dran anders? Das war eigentlich ganz witzig, weil ich dürfte da schon mal den Prototypen testen. Und dann kam Mauer auf mich zu. Und hat mir das, ist ja ein Aluminium-HMD, hat mir eine Hand gedrückt. Und ich gucke den so an und denke so, was ist das und wie, warum ist das so komisch verschachtelt da drin und warum geht da keine Luft direkt durch? Hat mir das das Thema erklärt, dass das halt wirklich ein HMD ist, wo die Kohle, wo das durch, kannst du das Verfahren komplett erklären, bevor ich das jetzt hier runterstammel? Naja, also im Grunde ist das unique Prinzip hinter dem HMD folgendes. Es gibt an der Seite Luftschlitze, die reingehen und die gehen in das Depot, wo die Kohle drin liegt. Und normal hast du auf dem Boden von einem HMD Löcher, die direkt in das Tabakdepot reingehen. Das heißt, die Löcher sind an der Unterseite und kommen auch an der Unterseite raus. Und das Besondere an dem Viro HMD ist eben, dass der keine Löcher unten hat. Also auf der Innenseite vom Depot sind keine Löcher, auf der Unterseite, auf der, wenn du von unten wirklich den HMD anguckst, sind da schon Löcher. Jetzt fragt man sich aber, von wo strömt denn dann die Luft nach unten? Und das ist der geniale Clou an dem HMD. Der hat praktisch auf der, wenn du dir die Seitenwand anguckst, auf der Mitte der Höhe, hat er einen Rundumschlitz, durch den die heiße Luft dann in eine Doppelwandkammer geht, dann in der Doppelwand nach unten geht und dann runter ins Tabakdepot geht, um dann den Tabak zu erhitzen. So hätte ich es jetzt erzählt. Genau, es gab irgendeinen Fachbegriff dafür, den mir nicht eingefallen ist. Doppelwand? Ne. Okay, dann weiß ich auch nicht. Achso, okay. Dann, danke für's erklären. Aber ich glaube, so kann man sich's ganz gut vorstellen jetzt, oder? Ja, selbst so hätte ich es auch erklären. Und jetzt nur Audio hört. Ja, genau, mir ist nur der Fachbegriff dafür nicht eingefallen, den ich eigentlich wollte. Aber, ja, im Endeffekt auch dafür gedacht, dass man natürlich weniger Kohlengeschmack hat. Und natürlich auch, ich glaube sogar, oder was gesagt wird, weniger Kohlenmonoxid theoretisch eingeatmet wird, aktiv. Ich weiß nicht, ob du, hast du dafür auch ein Messgerät? Ein Kohlenmonoxid im Zug? Ne, da hab ich kein Messgerät. Ich hätt's dir zugetraut. Ja, ich hab ein Kohlenmonoxid-Messer für den Raum und ein Durchzugsmessgerät, aber das war's dann. Okay. Ne, aber das Ding bei dem HMD ist, also ich würde dem HMD den Stempel geben, idiotensicherer HMD. Also ich glaube, dass der HMD... Mein Stempel wäre perfekter Anfänger-HMD. Ja, das geht auch. Weil du, es ist faktisch... Pass auf, du hast einen Vorteil, der gleichzeitig auch ein Nachteil ist. Genau. Der Vorteil ist, es ist sehr, sehr schwer, mit diesem HMD dein Köpfchen zu überhitzen. Ich würde sagen, sogar faktisch unmöglich. Also, ich glaube, wenn du es richtig drauf anlegst, wirst du es schaffen. Aber da musst du schon irgendwie gefühlt mit sechs Kohlen da drauf auf Vollkontakt rauchen. Aber das macht ja niemand. Vielleicht der eine Dude, der es natürlich drauf anlegt, um zu sagen, aha, geht doch. Also, wenn du normal Shisha rauchst, ist es eigentlich unmöglich, deinen Kopf zu überhitzen. Möglich? Ja. Stimmt, Habibi. Richtig. Da wird doch der Hund in der Pfanne blau. Was? Machen Sie bitte weiter? Machen Sie weiter, bitte? Soll ich weitermachen? Ja, du warst ja mitten im Satz. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Wir waren bei der Diskussion, dass es faktisch unmöglich ist, den zu überhitzen. Genau, weil du brauchst, durch das Doppelwandprinzip, brauchst du auf jeden Fall mehr Hitze als beim normalen HMD, dass du dir die gewünschte Leistung für deinen Kopf erzielen kannst. Ich persönlich habe das jetzt immer so gemacht, und ich rauche ja eigentlich relativ heiß, dass ich vier Kohlen durchbenutzt habe. Das heißt, ich habe zwei reingelegt, zwei auf Kante gelegt. Und selbst dann braucht der Kopf nochmal weitaus länger, bis er an ist. Und man muss ihn auch anrauchen. Du musst ihn anrauchen, genau. Also er wird nicht, wie es man jetzt bei normalen HMDs gewohnt ist, dass er einfach dann, du lässt ihn in fünf Minuten stehen, dann kannst du ganz normal rauchen. Bei Meerloch, Pfanne auf Vollkontakt bitte nicht fünf Minuten stehen lassen. Ja. Dann RIP. Da acht Minuten stehen lassen. Ah, perfekt. Auf keinen Fall unter 15 Minuten vorwärmen lassen. Ja, erst wenn es knuspert, kannst du dran ziehen. Wenn du Flammen siehst, kannst du loslegen. Stark. Genau, und ich habe das auch mal probiert mit zwei Kohlen und drei Kohlen. Und da war wirklich das Ergebnis sehr, sehr schwach, muss ich wirklich so sagen. Also wirklich gerade was, also natürlich gerade was den Rauchern geht, kam wirklich sehr, sehr wenig. Deswegen vier Kohlen würde ich eigentlich schon durchgehend benutzen. Ich weiß nicht, wie du das gehandhabt hast. Ich habe ihn bei Pfannen mit Vollkontakt mit drei Kohlen geraucht und dann war das immer so, gefühlt 85 Prozent von der Hitze, die ich mit zwei Kohlen im Onmo habe. Okay. Und wenn ich Meerloch geraucht habe, muss vier Kohlen. Durchgängig. Genau, also ich habe, wobei ich, also wenn ich jetzt mit einem Onmo ein Meerloch rauche, dann rauche ich oft mit drei oder vier Kohlen an und gehe dann entweder von vier auf drei oder sogar auf zwei. Manchmal. Je nach Tabak. Je nach Tabak, Kopf, dies, das. Und da finde, also ich finde, beim Viro kannst du eigentlich schon immer durchgehend vier Grad bei Meerloch anhaben. Und deswegen würde ich auch sagen, dass der Endkonsument wirklich sich ein HMD kauft beim Viro, der, wo man den Kopf eigentlich nicht verkacken kann. Also ich glaube, wenn du dir ganz normal drei Kohlen anmachst, dann kriegst du wirklich nicht, dann kann es dir nicht passieren, dass der Kopf verbrennt. Und deswegen sage ich perfekt der Anfänger-HMD oder wie du sagst, idiotensicher. Weil wenn jetzt jemand mit HMD anfängt, also sagen wir mal, ein Anfänger kauft sich jetzt einen Onmo und weiß halt noch nicht so gut, wie man mit dem Hitzemanagement umgeht und ihm verbrennen halt sehr auf die Köpfe, dann wäre der vermutlich mit einem Viro-HMD besser dran. Aber, also für mich persönlich, also ich werde trotzdem beim Onmo größtenteils bleiben. Vielleicht probiere ich den ab und zu so rein Interesse halber. Oder was ich mir extrem geil vorstelle, so beim Zocken oder so, lass da vier Kohlen drauf, egal, da passiert nichts. Ist scheißegal. Würde nicht kaputt gehen. Und für so Sachen, also wenn du irgendwie so einen Kopf extrem nebenbei rauchst, sage ich mal, ist das vielleicht ganz cool. Und für Anfänger ist es extrem cool. Aber für Leute, die schon so, die mit Hitzemanagement umgehen können, die schon ihre Setups gefunden haben, die wissen wann, wie viel Kohle, in welchem Setup dies, das, fährst du, glaube ich, immer noch mit einem Onmo besser. Ja, würde ich mich auch auf jeden Fall anschließen. Plus, also der Kopf verspricht ja etwas weniger Kohlenmonoxid und dass keine Asche slash Kohle runterfallen kann. Weil eine Situation, die halt oft bei normalen HMDs kommt, ist, du hast drei Kohlen drauf, also zwei drinnen und eine oben gekippt, die Kohle wird kleiner und irgendwann fällt die dritte Kohle mit rein. Und wenn du dann genau einen Zug nimmst, kann es halt passieren, dass so ein Stück gelühende Kohle fällt durch das Loch unten in deinen Tabak, dein Tabak verbrennt wirklich und nicht wie sonst verdampft oder verschwillt, sondern verbrennt wirklich. Und wenn du das in die Lunge ziehst, das ist wirklich so ziemlich das Ekelhafteste, was dir beim Shisha-Rauchen passieren kann. Der gute alte Kohlezug. Todeszug nenne ich ihn immer. Oder so, ja. Der Todeszug, weil das, es fühlt sich an, als würde deine Lunge zerreißen. Du hast fünf Minuten den ekelhaftesten Geschmack in deinem Mund, den es überhaupt gibt. Und das ist wirklich scheiße. Und das ist für mich der single greatest Vorteil von diesem HMD. Aber da muss man auch wieder realistisch dazu sagen, das passiert halt gefühlt einmal im Monat. Und man darf, also das muss auch in einer Situation passieren, wo du wirklich nicht darauf achtest. Irgendwie du arbeitest am PC, du kommst an den Schreibtisch, die Kohle fällt rein, genau dann ziehst du, dann bist du halt am Arsch. Aber mir persönlich passiert das halt nicht so oft, dass ich sagen würde, das ist ein schreckliches Problem, das bitte unbedingt gelöst werden muss. Er löst das Problem, aber die Frage ist halt, wie sehr wollte ich jetzt vorher, dass genau dieses Problem gelöst wird. Und dann das andere Argument, es fällt keine Asche in den Kopf. Das juckt mich nicht. Also der, der mir erzählt, dass er merkt, ob da zwei Gramm oder fünf Gramm Asche in seinem Kopf liegen, oder machen wir das Extrembeispiel, fünf Gramm Asche gegen null Gramm Asche. Das schmeckst du nicht. Ich würde auch sagen, dass es nicht schmeckst. Ich finde aber, was an dem HMD ganz cool ist, ist es nicht einfach ein weiterer HMD, sondern er versucht wirklich Probleme zu lösen, wo doch noch welche da waren. Und ich finde, er hat auch... Der Ansatz. Genau, und er erfüllt auf jeden Fall auch gerade für Anfänger, die ein HMD suchen, einen wirklichen Zweck. Und das ganz verpackt für einen sehr humanen Preis für HMDs. Auch 25 Euro übrigens. Genau. Finde ich das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Produkt. Also, als ich das erste Mal der Pascal, der Chef von der E.ON Group, wo er dann auch viral dazugehört, hatte mich gefragt, hey, ich habe hier was, ich würde gerne mal deine Meinung hören, kann ich mal bei dir rumkommen. So, und dann war er hier und dann hat er praktisch erst gesagt, ich habe einen HMD gemacht. Und dann ist die erste Reaktion in meinem Kopf so gewesen, so, why? Also ich meine, erst kam der K-Laut. Also wenn wir mal über Alu-HMDs reden. Es kam der K-Laut und der war von der Leistung her hervorragend. Es gab nur ein Problem mit dem K-Laut, der war halt relativ teuer. Genau. Und dann kam Onmo und hat gesagt, ey, wir haben dieselbe Leistung, aber den halben Preis. Und dann war ich so, oh, Onmo geil. Und jetzt hast du einen HMD, der unglaublich gut funktioniert, der meiner Meinung nach hübsch aussieht und der nicht teuer ist. Also viel günstiger. Wenn du das von einer gescheiten Firma haben willst, wird das halt nicht. Also klar kannst du dir irgend so eine Wish-Kacke für einen Zehner bestellen. Ist dann halt aber auch Kacke. Habe ich letztens erst nochmal wieder getestet. Könnt ihr euch gerne angucken. Timo Bestellung ist YouTube-Video draußen. War das wirklich so schrecklich? Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal so ein... Es war nicht so schrecklich, aber wenn ich mir halt überlege, möchte ich 10 Euro ausgeben für das Ding oder 25 Euro ausgeben für den Onmo oder möchte ich 6 Euro für diesen Kopf ausgeben oder 15 Euro für eine Cosmo, ey, dann bin ich bei Cosmo und Onmo. Okay. Also ich musste jetzt nicht leiden des Grauens, aber es war halt nicht so geil, wie es hätte sein können und da sage ich halt, also der macht wahrheit noch den Zwanni mehr und hol dir einen gescheiten HMD und hol dir einen gescheiten Kopf und dann hast du auch wirklich eine gescheite Experience. Aber da war ich dann sehr froh, als er gesagt hat, jo, wir machen einen HMD, war ich so, okay, warum? Also wo siehst du Probleme, die da existieren? Aber, und da bin ich komplett bei dir, es gibt Probleme, die existieren und die löst der HMD auch sehr, sehr gut. Auch wenn ich persönlich mit meinem Rauchen sagen muss, ich bleib beim Onmo, weil der halt einen Ticken mehr Hitze ballert, die ich halt geil finde und ich bin ja nicht mal ein krasser High-Heat-Raucher, ne? Aber trotzdem, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ey, mir passiert das oft, dass mir Köpfe verbrennen mit HMD, ich hab das noch nicht so raus, haut da den Vyro-HMD drauf und dann passiert das nicht mehr. Das ist eigentlich ein perfekter Einsteiger-HMD. Ich denke auch nicht, dass das jetzt der HMD ist für eingefleischte Shisha-Fans, auch gerade, weil ich glaube, bei Leuten, die wirklich sehr, sehr viel Pfeife rauchen, die schon sehr, sehr viel mit HMDs rauchen, die schon sehr, sehr viel mit HMDs rauchen, ist auch dieser, weiß ich nicht, inwieweit der Punkt mit dem Kohlenmonoxid so eine große Rolle spielt, dass man sein Rauchverhalten dahingehend nochmal ändert. Aber ich denke schon, wie gesagt, für Anfänger ist das auf jeden Fall eine super Alternative. Ja, finde ich auch. Also, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das Produkt für mich ist, ich glaube, das ist ein Produkt, was definitiv Probleme löst, was definitiv einen Platz auf dem Markt hat, aber was ich mir gerade noch gedacht habe, das ist ja, mir fällt jetzt nicht der perfekte Vergleich ein, aber sagen wir mal, es ist wie Stützräder an einem Fahrrad, weil du musst dich ja dann weniger ums Hitzemanagement kümmern, du lernst aber auch nicht das Hitzemanagement damit. Ja. Weißt du, also die Frage ist, wenn du dir jetzt direkt einen Onmo holst und dann musst du halt durch diese Learning Experience, das dir auch mal ein Köpfchen verbrennt, dann lernst du ja irgendwann daraus. Ja, ich finde es aber trotzdem einen guten Einstieg, weil es gibt, auf der einen Seite sehe ich den Markt bei Leuten, die einfach nicht dieses Wissen reinstecken wollen, was wir in Shisha reinstecken. Sehr guter Punkt, ja. Nicht jeder hat so Ansprüche wie wir an eine Pfeife oder an eine Shisha-Rauch-Experience. Also ich glaube, den HMD kriegst du zum Beispiel in Shisha-Bars weitaus besser verkauft als normale HMDs, weil die Leute beim Ausprobieren einfach merken, okay, das funktioniert. Safe. Geiler Punkt. Und ich denke auch, dass wenn du einmal ein HMD hast, dass dann der Switch auf einen normalen HMD weitaus einfacher ist als von Kamin oder Sonstiges auf einen normalen HMD. Safe auch. Das heißt, ich glaube schon, dass der auch einen sehr, sehr smoothen Einstieg für Leute bringt, die gerade mit Pfeife auch anfangen. Also wenn man A, nicht viel Arbeit damit haben möchte oder B, man das Problem hat, dass einem noch häufig die Köpfe verbrennen, dann kann das schon extrem geil sein. Wo ich gerade gesagt habe, geiler Punkt. Kennst du schon das Horny German Skate auf TikTok? Was? TikTok übersetzt doch, wenn du jetzt andere Sprachen hast. Also du hast TikTok auf Deutsch und du guckst dir ein TikTok von einem Ami an. Dann wird dir alles automatisch übersetzt. Und Deutsche schreiben halt sehr oft, geiler TikTok. Ach so. Oder, oh, find ich geil. Und dann kommt irgendwie Find That Horny raus. Und deswegen sind die Amis so, sag mal, warum sind alle Deutschen auf TikTok denn immer horny, Digga? Was ist mit denen? Die Europäer da. Schlimm mit denen. Schlimm. Ne, hab ich noch gar nicht mitgekommen. Fand ich auf überbezogen. Kleine funny Side Note. So, was haben wir denn noch? Oh. Alex. Marvin, hast du schon gehört? 200 Gramm kommt zurück. Also ich muss erstmal dazu sagen, weil wir müssen ganz am Anfang anfangen. Es kam ein TikTok slash Reel von Hooker Flow, also dem Flow, wo er gesagt hat, eine sichere Quelle hat bestätigt, es kommt 200 Gramm zurück. Und dann ging natürlich die Diskussion los. Und ich muss dazu sagen, weil es gab danach noch eine Situation, wo der Flow in einem Stream gesagt hat, ja und Schmidi und Dölit und Marvin, die haben da jetzt alle Videos zugemacht und gegen mich geschossen. Also ich hab absolut kein Problem mit dem Flow. Flow, es geht nur Liebe an dich raus. Das war ja nicht böse gemeint. Aber was er damit angerichtet hat, war für uns halt, also angerichtet in Anführungszeichen, aber was er damit getan hat, war für uns Streamer halt sehr, sehr nervig. Weil wir sind zwischen 5 und 20 Stunden die Woche live und dann hast du natürlich die Leute, die dauerhaft zugucken und fast immer am Start sind. Du hast aber auch Leute, die einfach mal 10 Minuten reingucken. Die haben so ein, zwei Fragen, kommen die mal rein und stellen die Fragen, beantworten die Fragen und dann sind die so, okay, cool, danke, tschüss. Alles cool. Und dann hat der Flow dieses Reel und TikTok gemacht und er hatte eine Quelle und die Quelle hat mit jemandem beim Zoll geredet und der hat gesagt, das kommt safe zurück. Und die Aussage war, die Quelle hat noch nie Scheiße erzählt und das will ich auch gar nicht in Frage stellen, aber de facto hat der Zoll als Exekutive nichts mit dem Erstellen, Umsetzen, Verändern von Gesetzen zu tun. Das heißt, wenn dir jemand beim Zoll sagt, das Gesetz wird auf jeden Fall geändert, kann das natürlich schon sein, dass der schon mehr Infos hat als andere, aber die, die wirklich die Gesetze machen und auch der Shisha-Verband und viele aus der Branche oder ziemlich alle aus der Branche waren so, es gibt noch keine News, über die man da reden kann. Also es gibt de facto keinen Vorschlag zur Gesetzesänderung. Es gibt nichts, wo irgendwie gesagt wird, jo, das steht auf dem nächsten Tagesordnungspunkt. Also es gibt kein handfestes Indiz, dass das wirklich umgesetzt wird. Ja, die haben langsam eingesehen, dass die 25-Gramm-Regelung nicht so gut funktioniert hat, wie die sich das gedacht haben. Surprise! Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob für den 1. Mai das auf dem Tagesordnungspunkt steht und das zum 31. Juni dann geändert wird oder so. Das gibt es alles nicht. Das heißt, unterm Strich mag das eine vertrauenswürdige Quelle sein und das mag auch gesagt worden sein, aber es sind halt immer noch einfach nur Gerüchte. Und es gab schon viel zu oft in der Shisha-Szene und das ist dann halt auch immer diese scheißstille Post, weißt du? Dann hat vielleicht der Erste gesagt, 200 oder die haben das langsam eingesehen mit 25 Gramm war scheiße. Dann erzählt er das einem. Der Nächste erzählt dann, boah, die wollen 200 Gramm oder dann geht das über 5 Leute, weiter und das, was beim Sechsten ankommt, ist 200 Gramm kommen nächste Woche zurück. So, und dann ist für uns Streamer das Problem daraus entstanden. Dann kommen halt Leute, die nur mal kurz reingucken, kommen halt in den Stream und sagen, ey, hast du schon mitgekriegt? 200 Gramm kommen zurück. So, am Anfang habe ich es ein paar Mal beantwortet. Dann habe ich mir gedacht, das wird mir zu blöd. Weil wenn du dann hundertmal an einem Abend diese Frage bekommst, weil die anderen Leute wollen ja anderen Content sehen. Also sie wollen ja, dass der Stream weitergeht und du musst aber alle 10 Minuten dann wieder zwei Minuten über dieses Thema reden, ist irgendwann gottlos nervig. Und dann habe ich gesagt, ich nehme einen Clip auf und dann drücke ich jedes Mal auf Abspielen im Stream und dann kommt dieser Clip. Das hat gut funktioniert. Dann hast du aber wieder die Leute, die halt im ganzen Stream dabei sind, die dann irgendwann sagen, Digga Marvin, wirklich, ich musste mir jetzt achtmal dieses Video in der letzten Stunde angucken. Ich habe keinen Bock mehr. Sei mir nicht böse, aber da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was, dann nehme ich jetzt nochmal einen Clip auf und nehme den einfach als Video und lade den hoch und dann mache ich im Stream Ausrufezeichen 200 Gramm und jedes Mal, wenn der nächste Hanna-Bumble reinkommt und sagt, hast du schon mitgekriegt, hier 200 Gramm kommt zurück, dann sage ich einfach, gib bitte Ausrufezeichen 200 Gramm ein, dann guckst du dir das Video an und dann hast du die Infos und Fakten, wie sie jetzt sind. Und das war ja nicht böse gegenüber dem Flo gemeint, das war selbstschutzmäßig. Also nach dem, weiß ich nicht, 78. Mal beantworten dieser Frage. Ja, hat das halt irgendwann keinen Bock mehr. Es ist halt ein schwieriges Thema, dann so dieses Gerüchte in der Shisha-Szene hat ja gefühlt schon Tradition. Auch dieses stille Postspiel, der eine hat gehört und hat gesagt und so. Aber am Ende hilft es halt keinem weiter irgendwas dann. Nicht nur, es hilft keinem weiter, es schadet sogar. Ja, darauf wollte ich gerade noch gleich hinaus, weil also erstmal, es hilft keinem weiter, Gerüchte in Informationen verpackt rauszugeben, also irgendwie online zu stellen und dann im gleichen Zug schadet es natürlich Leuten, weil was vielleicht viele von euch auch nicht sehen oder was man nicht so wahrnimmt ist natürlich, so die Leute denken, okay, es kommt zu einer Kram zurück, ich kaufe doch jetzt nicht nochmal 25 Kram. Ich verbauche doch alles, was ich daheim habe, bis große Dosen wiederkommen. Genau. Und natürlich ist es dann auch faktisch für Shops und Hersteller und alle weiteren eine Situation, wo die sagen, okay, das ist jetzt scheiße für uns, weil wir sehen zum Beispiel, Verkaufszahlen brechen noch weiter ein. Und dann, obwohl es nicht mal feststeht, geschweige denn, es vielleicht sogar überhaupt mal diskutiert wurde, dass die 200 Kram zurückkommen sollten. Also es ist ja wirklich so, wie es jetzt ist, ein reines Gerücht von einer Quelle, wo keiner eine Reputation oder sonstiges hat. Also wie gesagt, ich will, dass der Quelle gar nicht abspricht, aber es gibt halt keinen de facto Plan. Genau, aber es gibt auch für uns keine Reputation. Und es ist natürlich gut, wenn jetzt Flo sagt oder die Quelle von der Quelle sagt, die ist vertrauenswürdig, aber wissen wir ja nicht. Und das ist halt dann so ein Punkt, wo ich sage, okay, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und natürlich, es wird jeden freuen, wenn 200 Kram zurückkommen. Das habe ich auch in den Kommentaren direkt geschrieben. Wenn das passiert, dann feiern wir eine Party, Digga. Ja, safe. Aber halt erst, wenn das kommt. Also wenn da die erste 200 Gramm Dose drinne steht oder ich einen Gesetzesentwurf oder eine Änderung da sehe, wo das schwarz auf weiß drinne steht, da machen wir natürlich alle drei Kreuze. Das will ja keiner sagen. Das ist so ein bisschen Selbstschutz, weil jetzt aufhypen, dass das zurückkommt, das ist zu früh. Es gibt noch kein, es gibt noch nichts schwarz auf weiß. Das sind nur Gerüchte. Ich finde, man kann halt so ein Video oder sowas publik machen, wenn es vielleicht in einem Tagesordnungspunkt steht, dass eine Diskussion darüber stattfindet. Das ist auch das Einzige, was ich dem Flo wirklich als Vorwurf bringen kann. Das war maybe ein bisschen zu früh. Ich meine, klar, das TikTok hat irgendwie 400.000 Aufrufe. Also wenn du das Content-Peace analysierst, dann hat das sehr, sehr gut performt. Und das war ja auch klar. Die Frage ist, zu welchem Preis? Es ist halt schwierig für die Szene, weil die Szene momentan eh schon einen schwierigen Standpunkt hat, so wie es momentan ist mit den 25 Gramm. Und es bringt keinen Mehrwert für die gesamte Szene. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich an der Sache sehe. Und dann ist auch wieder die Frage, selbst wenn angenommen, es würde passieren, dass 200 Gramm zurückkommen, selbst dann würde es sehr wahrscheinlich frühestens 2025 passieren, weil man dann direkt die nächste Tabaksteuererhöhung mitnimmt, weil davor würde es meiner Meinung nach keinen Sinn machen. Das heißt, wir könnten uns frühestens darauf freuen 2025. Und dann weiß ich auch nicht, ob davor noch irgendwas abgemacht wird mit Abverkaufsfristen. Also ich sehe es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass in den nächsten Monaten irgendwas... Gut, Abverkaufsfristen haben wir ja zum Glück. Wenn die erhöht wird, die Obergrenze, dann kann kleineres ja noch verkauft werden. Das war ja von 200 auf 25 Gramm natürlich nicht. Also der Restbestand an 25 Gramm könnte ja trotzdem noch verkauft werden. Dann kann man auch trotzdem nochmal durchprobieren. Das war ja so ziemlich der einzige Vorteil an 25 Gramm. Ja, der Punkt von mir ist eher, es gibt natürlich auch den Schichterverband. Und es werden natürlich auch dabei Interessen von Herstellern beachtet, würde ich jetzt mal behaupten. Und dass dann da geguckt wird, dass die Hersteller auch einen gewissen Zeitraum haben, um die Chance zu geben, ihre 25 Gramm noch weitestgehend abzuverkaufen. Weil die natürlich auch sagen, ich habe hier noch drei, vier, fünf Paletten mit 25 Gramm. Die kriege ich nicht los, wenn es hier 200 Gramm gibt. Das würde vermutlich deutlich länger dauern, aber ich glaube schon, dass man die auch noch loswerden würde. Aber es sind auf jeden Fall viele Punkte, wo ich sage, es wird 2024 in keinem Fall passieren, dass man ein Gramm zurückkommt. Also ich würde jetzt nicht sagen in keinem Fall, aber ich würde es persönlich auch eher als unwahrscheinlich einschätzen, dass das 2024 noch passiert. It is what it is. Also das Einzige, was man dem Flo vorwerfen kann, vielleicht kam das Video ein Ticken zu früh. Ich kann es natürlich auch irgendwo, wenn man es, wie gesagt, von dieser Content-Creator-Perspektive aussieht, hat er es natürlich gut performt, war polarisierend. Man muss natürlich auch sagen, Flo lebt auch Shisha, er ist so ein Urgestein der Shisha-Szene. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach nur darauf gehypt war. Ja, mit Sicherheit. Dass er einfach so, dass er das mitbekommen hat und sich einfach drüber gefreut hat. Ich glaube, ihm war aber auch schon bewusst, was er da macht. Wahrscheinlich wird es so eine Mischung aus beiden sein, aber da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie den Flo analysieren. Das ist jetzt halt so und wir haben darauf halt reagiert, wie wir darauf reagiert haben. Zum größten Teil aus Selbstschutz und auch Schutz für unsere Communities. Weil wenn die halt, wie gesagt, 15 Stunden die Woche in den Stream gucken, haben die keinen Bock, dass es drei Stunden die Woche nur um dieses eine Thema geht. Und dann haben wir halt alle ein Video dazu gemacht. Aber von meiner Seite aus alles cool mit Huka Flo und dem Flo. Aber das Statement-Video, mittlerweile muss ja alles ein Statement sein. Statement zum Tabak. Was für ein Statement, Digga? So nach dem Motto, wie schmeckt dir der Tabak? Aber sogar das ist mittlerweile ein Statement. Oder ein Real Talk. Ja, alles mittlerweile Statement-Retalk, Digga. Du kannst über gar nichts mehr normal reden. So, willst du einfach mal eine Meinung hören oder was? Kann ich dir sagen. Aber wo ist das denn in Statement? Also, war auch letztens Statement zu Julian und, wie hieß die Tussi von... Tussi soll jetzt nicht böse sein. Julian, der Ex von Bibi, war doch dann mit der Tanja da zusammen. Und dann war auch jemand, Statement zu Julian und Tanja. Also, ist mir scheißegal, Digga. Wer soll rummachen, mit wem er will oder halt auch nicht mehr. Und das sind zwei erwachsene Menschen. Das juckt mich doch nicht, wer da zusammen ist und wer nicht. Da kriegst du von mir ja kein Statement. Mein Statement ist, lass die machen, Digga. Geh mir am Arsch vorbei. Also, das klickt sich halt. Wenn du in diese YouTuber-Kategorie, dass du halt so Klatsch und Tratsch machst, dann ist das ja auch okay, wenn du dazu ein Video machst. Und dann gucken das ja auch die Leute, die auf sowas Bock haben. Aber wenn ich hier gemütlich mein Pfeifchen rauche, was juckt mich denn der Julian und die Tanja, Digga? Bist du nicht voll im Gossip drin? Komplett. Komplett. Statement-Videos online. Auf der Klatsch- und Tratsch-WG. So, kommen wir mal noch zu unserem letzten Punkt. Es ist nämlich auch schon 16 Uhr. Ich habe heute noch Shitphones of Work und in drei Stunden geht Stream los. Das heißt, ich habe noch zweieinhalb Stunden. Egal. Also, wir müssen hier ne machen. Aber wir haben auch, glaube ich, schon gut lang aufgenommen jetzt. Aber ein Thema haben wir noch. Sehr coole News, wie ich finde. Blaze ist endlich zurück, Freunde. Blaze gab es ja jetzt sehr, sehr lange nicht in 25 Gramm. Damals in 200 Gramm am Start. Von manchen geliebt, von manchen gehasst. Kann man schon so sagen. Gehasst würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich kenne den einen oder anderen, der gesagt hat, das ist viel zu stark und das drückt zu sehr. Ach, okay. Aber das war halt auch Blaze. Das war halt ein Tabak, der sollte ballern und der hat geballert. Und ich fand, also es gab ja auch mehrere Sorten, aber für mich zum Beispiel einfach nur der Lime-Hype und der Cola, die waren für mich dauerhaft in Rotation. Und auch der Cola zum Beispiel in letzter Zeit immer mit Doppelapfel, ist eine geisteskrank geile Mischung. Hat mir, glaube ich, Dönit irgendwann mal gesagt. Muss ich mal probieren. Den Coca-Cola mit Doppelapfel? Weil diese würzige Cola die perfekte Kombination zu einem Doppelapfel ist. Genau. Und das kommt richtig geil. Also vielleicht auch Mix-Empfehlung für euch. Falls ihr noch den Blaze Coca-Cola habt, weil Spoiler, der ist nicht bei dem 25 Gramm Drop mit dabei, wo ich auch nicht verstehe, warum. Weil der war wirklich gut. Also please bring again. Aber das ist ein geiler Mix. Doppelapfel-Place, Coca-Cola. Ist sehr, sehr nice. Sechs Sorten sind auf den Markt gekommen. Kriegen wir die alle zusammen. Lemon Siaga. Preach. Black Uber. Preach. Cinema Roll. Love. Und einer fehlt noch. Es gibt den Traube-Minze. Ja. Den... Ach, der Lime-Hype. Der Lime-Hype fehlt noch. Ach schon, es gibt Lime-Hype und Lemon Siaga, ne? Genau. Ja. Ja. So, die sechs Sorten, jetzt haben wir sie. Ich habe probiert. Also erstens, mein Video dazu ist online. Wenn ihr ein ausführliches Fazit wollt, guckt euch das gerne nochmal an. Der Traube-Minze, unglaublich geil geworden. Meiner Meinung nach. Also den gab es ja schon, der hieß ja schon irgendwie Black-Namik, Black... Hatte schon... Schieß mich tot. Der hatte schon gefühlt zehn Namen. Das ist halt einfach für mich der Blaze-Traube-Minze. Und jetzt heißt er aber Black Uber. Es ist ein Traube-Minze. Mit schon einer angenehmen Minze dabei. Ich habe den neuen jetzt noch ganz probiert. Ich kenne nur die Vorgänger-Version. Okay, im Vergleich zu der Vorgänger-Version würde ich sagen, ballert die Minze ein bisschen besser. Also er ist ein bisschen frischer und er wirkt noch ein bisschen ausgewogener. Okay, hört sich ja grundsätzlich sehr gut an. Der war vorher schon gut und jetzt hat er sich meiner Meinung nach noch slightly verbessert. Und jetzt ist er für mich persönlich sehr gut. Und für mich aber die krasseste Überraschung ist der Lauf. Oder Luf. Also L-U-V. Den habe ich nicht. Das ist der Laos. Also so eine Blaubeere-Kirsche. Heilige Scheiße. Also ich habe den dann halt probiert fürs Review. Und der Laos ist ein guter Flavor für mich, aber das ist nicht so mein Flavor. Warum auch immer, auf Dark Blend, ich finde den geisteskrankt gut. Also das ist voll die krasse Überraschung für mich gewesen. Ich hätte nämlich genau den gleichen Gedanken gehabt wie du. Das ist nicht so mein Flavor, deswegen habe ich ihn auch nicht mitbestellt. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir einfach alle Sorten zweimal bestellt zum Testen. Der ist krass gut. Okay, dann muss ich den vielleicht auch noch nachstellen. Nicht eine heftige Überraschung. Und dann der Preach war ja sozusagen eine Sorte, die ich mir gewünscht habe, weil ich ja die Kombi Green Tea und Zitrone extrem liebe. Green Tea und Pfirsich extrem liebe. Das war ja auch auf der Messe letztes Jahr. Unser übrigens, by the way, kurzer Spoiler. Wir machen nächste Woche nochmal eine gesonderte Messefolge. Da wird es auch, also nicht nächste Woche, nächste Woche für uns die Aufnahme, für euch einfach die nächste Folge, die dann rauskommt. Die wird am Freitag an der Shisha-Messe kommen. Das heißt, wenn ihr dann zur Shisha-Messe fahrt, könnt ihr sehr, sehr gerne noch auf eurer Autofahrt die schöne Shisha-Messe-Special-Folge euch anhören, wo wir euch nochmal auf alles vorbereiten, was auf der Shisha-Messe so abgehen wird. Und es wird auch wieder einen SWG-Stand geben an F02. Wenn ihr reinkommt, links abbiegen, sobald ihr in der Halle seid, hinterlaufen, bis ihr nicht mehr weiterlaufen könnt. Und da sind wir dann. Also relativ am Anfang sind wir auch von der Messe. Wird wieder eine Shisha-Bar sein, wahrscheinlich so ungefähr 15 Euro pro Kopf. Also pro Kopf rauchen. Kommt vorbei. Wird geil. Ich bin auf jeden Fall halb auf Messe. Aber genauere Infos machen wir dann im nächsten Shisha-Cast. Wie bin ich denn jetzt kurz auf Messe gekommen? Achso, T-S-Good-Mix, den hatten wir da. Das war, wie gesagt, Pfirsich und grüner Tee. Und das fanden wir übertrieben geil. Und als dann Hukain das erste Mal so, jo, wir machen wieder Blaze. Gibt es denn da noch irgendwas, was du gerne hättest an Flavor? Da war ich so, der wäre noch geil. Und da muss ich sagen, ich rauche ihn ja jetzt auch jetzt gerade. Ich kann ihn gut rauchen und ich finde ihn auch lecker. Also der ist so eine 2-. Also schon richtig gut. Also eine 2- ist ja grundsolide. Aber der T-S-Good-Mix war für mich noch einen Ticken geiler. Das Problem ist aber, wir hatten den damals mit dem TPD-unkonformen Fuck-Your-Life Pfirsich. Und danach hatte ich ihn mit dem Must-Have-Patch, den es ja auch nicht mehr gibt. Und das heißt, so wie wir den Mix damals hatten und so wie ich den dann gerne geraucht habe, kann man den auch gar nicht mehr rauchen. Und dann ist das schon ziemlich nice, dass du den hier als Premix fertig hast. Es ist aber nicht exakt das, was ich wollte. Es ist trotzdem gut, aber halt nicht das, was ich im Kopf hatte. Und deswegen ist da für mich so ein bisschen Diskrepanz zwischen den beiden Sachen. Verstehe ich. Ich muss sagen, ich habe den Preach auch geraucht und ich bin ja eigentlich nicht der extreme Pfirsich-Fan. Und dafür, was er sein soll, finde ich den wirklich sehr, sehr angenehm, weil das nicht so ein extrem penetranter Pfirsich ist, sondern wirklich so ein bisschen leichter, aber trotzdem geschmacklich intensiver Pfirsich. Und das gefällt mir sehr, sehr gut an dem. Also deswegen, ich verstehe, was du meinst mit dem Unterschied vom Mess-Mix jetzt zum Preach. Aber ich glaube, so für Leute, die einfach nur einen leckeren Pfirsich-Tabak mit einer T-Note haben wollen, ist er wirklich sehr, sehr gut geworden. Der ist solide. Ja. Safe. Ja. Und dann gibt es noch den Lemonciaga. Den fand ich auch sehr solide. Das ist so ein bisschen Green Tea, äh, Green Tea, Green Lean auf Dark Blend mit noch einem Hauch grüner Tee dabei. Aber da wirklich nur ein Hauch grüner Tee. Und der ist auch sehr gut. Dann gibt es noch den, ähm, Lime Hype. Da habe ich irgendwie das Gefühl, der ist, der war vorher sehr stark und jetzt habe ich das Gefühl, der ist stark. Vielleicht, weil er mich nicht mehr so flashed, weil ich ihn schon kenne. Der ist grundsolide, würde ich sagen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der so ein bisschen anders ist als, als... Also ich habe, ich bin auch nicht so gehypt von dem Lime Hype, wie ich es früher war. Was aber, also ganz ehrlich, für mich war das Ding mit dem Blaze Drop eh schon durchgespielt durch den Love und den Black Uber. Ja. Weil die sind, für mich sind das zwei... Also ich habe jetzt von beiden, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube 300 Gramm nachbestellt, weil ich die beiden Killer finde. Da werde ich mir auch wieder Dosen umfüllen, damit ich den dauerhaft da habe. Also allein mit den zwei Sorten ist Blaze Drop für mich schon... Passt. Perfekt. Und dann gibt es noch den Cinnamon Roll. Den hast du gerade an, weil ich habe mir zwei Dosen bestellt und ich habe mich noch nicht getraut. Was sagst du? Ich muss sagen, für das, was es sein soll, ja auch so Zimtschnecke sein. Also so Zimt-Teig würde ich jetzt einteilen. Es ist wirklich gottlos Zimt in die Fresse mit einer süßen Teignote. Und ich muss sagen, ich finde den sehr, sehr lecker. Also es ist wirklich ein... Wenn man Lust auf cremig hat und auf Darkwind... Genau darauf warte ich noch, dass ich mal wieder Bock auf einen cremigen Kopf habe und dann werde ich ihn probieren. Aber wenn ich jetzt keine Lust auf cremig habe und dann probiere ich den, dann ist das halt auch so... Ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt, aber mittlerweile hat sich sehr, sehr gut rauchen lassen. Also wirklich sehr, sehr angenehmer Flavor. Er ist nicht zu trüber. Und ja... Aber ist schon Zimt-Attacke. Es ist Zimt-Attacke. Aber halt nicht so, dass du sagst, das ist zu much. Genau. Also es ist halt auch was, was bei cremig hier oft der Fall ist, dass ich habe das Gefühl, dass cremige Flavor so einen Touch dafür haben, zu übersteuert zu sein, sage ich mal. Aber dass die einfach nicht so ausgewogen sind wie fruchtige Flavor. Ja. Und ich finde, das haben die hier sehr, sehr gut hinbekommen, dass du trotzdem einen sehr starken Zimt-Teig-Geschmack hast, aber dass da trotzdem noch die Waage hält, dass es sich angenehm rauchen lässt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den Rauch und sage, gar keinen Bock mehr auf den Tabak. Okay. Also auch gut. Ja, auch gut. Ja, also ich bin, wie gesagt, mit den zwei Sorten war ich schon happy mit dem Blaze-Job. Okay, Freunde. Alles klar. Das war's für Episode 53. Entschuldigt bitte meine gedanklichen Ausflüge, die da ab und zu mal mit reingekommen sind. Ich hoffe, das war wenigstens unterhaltsam, wenn auch schon nicht informativ oder so. Schon nicht informativ, ja. Und dann hören wir uns sehr, sehr gerne in der nächsten Episode wieder. Wie gesagt, ein Messe-Special. So sieht's aus. Und dann sehen wir uns vielleicht auch schon, wenn ihr die Folge hört, vielleicht ein paar Stunden später schon auf der Messe. Nach der nächsten Folge. In dem Sinne, einen schönen Tag. Schönen Tag Tickets. Kommt auf die Messe. Und dann sehen wir uns da. Und wir hören uns in der nächsten Folge. So sieht's aus. Tschüss. Alles gut. Tschüss. Tschüss.